Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von Hooked-Magazin.de. Wir reden über die größten News der Gamescom-Entlassung bei Bioware, das Ende einer Ära für Mario und es gibt unsere Eindrücke zu Amort-Core 6 und Baldur's Gate 3. Das alles und mehr jetzt bei Folge 436 von Hooked FM. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge von Hooked FM. Ich bin Tom, neben mir sitzt der Leo. Hallo, lange nicht gesehen. Lange nicht gesehen und gehört. Wir haben zuletzt Hooked on Topic aufgenommen, das könnt ihr euch auf Patreon und Steady anhören. Da ging es um Videospielmusik. Heute reden wir über die News und die Spiele der letzten Woche. Robin ist immer noch im Urlaub, der ist dann nächste Woche wieder dabei, aber Leo wird ihn ganz wunderbar vertreten, so wie du das ja auch schon gemacht hast im Stream, als wir die Gamescom Opening Night live geschaut haben, über die wir direkt mal reden können, weil da ja diverse Sachen angekündigt wurden. Generell, die Gamescom ging jetzt vorbei am Wochenende. Ich hatte das Gefühl, es war insgesamt, also für die Leute, die da waren, war es sicherlich toll und schön und spaßig, aber so das, was ich von außen mitbekommen habe, was die Newswelle anbelangt und so, fühlte sich das jetzt gar nicht so anders an als eine reguläre Newswoche. Also die ganz großen Kracher-News sind jetzt nicht dabei gewesen. Ja, ich würde auch sagen, also in der Außenwahrnehmung war es eine eher ruhige Gamescom. Was man vielleicht kontrastieren muss, hatte ich vor dem Podcast auch schon mal kurz gesagt damit, dass wir insgesamt einfach ein sehr starkes Spielejahr haben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber meine Aufmerksamkeit ist die ganze Zeit von einem Top-Titel oder zumindest interessanten Titel in der Gamesbranche nach dem anderen gejagt. Und ich weiß nicht, ich habe überhaupt nicht, wenn jetzt noch so eine Flut kommen würde von wegen, oh mein Gott, Dino Crisis 4 ist angekündigt worden, dann weiß ich gar nicht, wie ich damit umgehen würde, ehrlich gesagt. Ich auch nicht. Also ich bin eigentlich da gar nicht so traurig. Es gab ja trotzdem ein paar Sachen, bei denen wir aufgeschaut haben, aufgehorcht haben. Ich würde sagen, eins vielleicht ganz besonders von Spielen, die wir jetzt noch nicht auf der Liste hatten. Aber darüber können wir ja dann gleich reden. Aber ja, ich unterstreiche da durchaus oder unterschreibe, was du gerade gesagt hast. Ja, ich finde das jetzt per se auch nicht schlimm oder so. Also ich finde, es gibt mehr als genug Spiele, auf die ich mich freue und bei denen ich jetzt nicht die ganz großen Updates brauche. Und wie du sagst, es gab ja trotzdem ein paar Sachen. Zum Beispiel wurde auf der Opening Night Live Little Nightmares 3 angekündigt, dass ja eine Besonderheit ist, weil es kommt nicht mehr von den Leuten, die Little Nightmares 1 und 2 gemacht haben. Das waren Tassier und die wiederum sind seit 2019 Teil von Embracer und haben dann noch Little Nightmares 2 zur Entwicklung, das dann entwickelt, das dann vor zwei Jahren rauskam. Aber die Franchise gehört nicht ihnen, die gehört Bandai Namco. Und sie haben damals schon gesagt, Little Nightmares 2 wird ihr letztes Spiel der Reihe sein. Und Bandai Namco sagten, ja, aber wir machen trotzdem weiter. Und die haben das jetzt an Supermassive Games gegeben. Also die Leute, die Until Dawn und Co. gemacht haben. Und die wiederum haben tatsächlich schon ein bisschen Erfahrung mit Little Nightmares, weil die haben die PS5 und Xbox Series Version gemacht von Little Nightmares 2. Und machen jetzt halt den dritten Teil, der ja im Trailer auch wieder sehr aussieht, als ob er die gleichen Pfade beschreitet, nur dass du hier wirklich Koop spielen kannst. Also du kannst das Spiel entweder alleine mit einem Begleiter spielen, der dann vom Computer gesteuert wird, oder wirklich zu zweit vor der gleichen Konsole oder online. Oder ging nur online? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Das, was ich gehört hatte, war tatsächlich Online-Koop. Ich bin mir gar nicht sicher, ob Couch-Koop geht. Aber ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Vielleicht geht auch Couch-Koop. Ja, also ich sag mal so, die Erfahrung, die Supermassive gesammelt hat mit diesen Spielen und offenbar auch, dass sie Little Nightmares vorher auch schon mochten und verstanden haben oder so, sieht man definitiv. Weil man sieht diesen Trailer und man sieht die Ästhetik und man sieht sofort, das ist Little Nightmares. Und du hast wieder so ein spliniges Kreaturen- und Umgebungsdesign. Es gab einen Moment, der mir besonders hängen geblieben ist, wo durch so Hände, durch so ein Bullauge reichen. Und erst sind es halt zwei und dann kommen aber immer mehr an Hände, die offenbar einer Kreatur gehören, weil es ist nicht genug Platz eigentlich für mehrere. Also offenbar, vielleicht besteht die Kreatur nur aus Händen, wer weiß. Und so eine Sachen. Also das ist auf jeden Fall creepy. Es ist, für mich ist es immer interessant, auch als jemand, der Little Nightmares jetzt nicht so aktiv auf dem Schirm hat, für mich ist es immer interessant, funktioniert Horror überhaupt noch, wenn man Koop spielt? Für mich ist ein ganz großer Teil von der Horror-Erfahrung auf der psychologischen Ebene, dass man alleine ist. Aber ja. Also ich habe früher mit einem Kumpel immer die Silent Hill-Spiel gespielt, Silent Hill 2 und 3. Da hat der Horror bei uns noch sehr gut funktioniert. Und zum Beispiel, als wir bei Time to 3, als ich mit Robin und Mats PT gespielt habe, das hat uns ja auch total geflasht, obwohl wir zu dritt waren. Und der Horror hat trotzdem funktioniert. Also ich glaube, es ist total situationsabhängig. Wenn du allerdings wirklich im Koop unterwegs bist und ja auch dich absprichst und sowas, da gibt es sicherlich diese Art von Panik-Horror. Dieses, oh mein Gott, mach schnell, sonst kommt ihr das Monster oder sowas. Aber da frage ich mich auch, ob die Atmosphäre genauso greifen kann, wie sie im Solospiel greifen könnte. Zumal bei eurem PT-Beispiel muss man jetzt sagen, also auch wenn zum Beispiel Mats zwischendurch gekreischt hat wie ein kleines Kind. Aber man muss ja auch sagen, also das ist dann sofort gefolgt von erleichterndem Lachen um einen herum und im ganzen Raum und so weiter und so fort. Und es fehlt natürlich der Vergleich, was passiert wäre, wenn Mats das zum Beispiel zu Hause allein gespielt hätte. Wäre er wochenlang in der Fotos-Haltung in der Ecke gesessen und hätte vorne zurückgewippt. Also ich meine, ich glaube, das wäre halt so ein Fall gewesen, wo jemand wie Mats und vielleicht wäre es mir da auch so gegangen, wo ich alleine gesagt hätte, nee. Oder zumindest nach einer sehr kurzen Zeit gesagt hätte, okay, ich brauche erstmal eine Pause. Weil das dann, weil es geht da glaube ich auch zu krass. Also ich glaube, das ist durchaus möglich. Little Nightmares habe ich jetzt nicht, Befürchtung. Also wirklich gar nicht, dass das irgendwie zu krass würde. Ich habe den zweiten Teil selber auch noch nicht gespielt, muss ich zugeben. Etwas, das ich gerne mal nachholen würde, weil der erste hat mir durchaus gefallen. Das hier soll dann 2024 erscheinen. Ich glaube, einen genaueren Release gibt es noch nicht. Es ist halt so cuter Horror, ne? Also ein bisschen was anderes. Ja, irgendwie schon. Ja, aber es sieht auf jeden Fall super knuffig aus und wer weiß, wenn ich irgendwann die Reihe nachhole, dann vielleicht ist ja zu dem Zeitpunkt schon Teil 3 entweder bestätigt als etwas, was nahtlos übergeht, obwohl ein neuer Entwickler dran ist. Oder etwas, wo sie sagen, ach, hier hat die Reihe einen Schlenker gemacht. Wir werden es sehen. Genau. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt auch als knuffig bezeichnen würde, aber es gab da noch einen Trailer zu Crimson Desert. Der, also der war, eigentlich war der alles gleichzeitig. Da wird sicherlich auch knuffig dazu gehören. Und das ist das neue Spiel, der Leute, die Black Desert Online gemacht haben. Es ist aber ein Singleplayer-Spiel und es ist so klassische mittelalterliche Fantasy und man sieht wahnsinnig viele verschiedene Gameplay-Aspekte im Spiel. Also wie du halt Quest machst, wie du einfach nur angelst, wie du einen Schaf schulterst von A nach B, Tricks, GTA-mäßig Leuten aus ihren Kutschen boxt oder halt die Kämpfe hast mit riesigen Kreaturen, aber auch mit kleineren Kreaturen oder einfach nur Soldaten. Du siehst systemische Aspekte, du siehst irgendwie, wie Wachtürme von irgendwelchen Explosionen im Kampf eingerissen werden und auf Gegner stürzen. Du hast Open-World-Exploration-Aspekte, wie du in einem magischen Gleitflug, wo du dich in so ein Schattenwesen verwandelst oder so, von einer Bergspitze springst und in ein Tal hinuntergleitest. Also es gibt wenige Sachen. Seit dem Trailer für Dokev habe ich nicht mehr irgendwas gesehen, bei dem ich mir dachte, wie viele Gameplay-Aspekte kannst du denn bitte in einem Spiel haben wollen. Das sieht tatsächlich, also es sieht cool aus, unleugbar. Es hat dazu, finde ich, noch eine echt schicke Optik, was ja schon eine der Stärken von Black Desert Online war. Und es sieht cool aus, aber das ist einfach so, das weckt bei mir so eine Art von Misstrauen. Das ist so Misstrauen, wenn etwas zu gut ist. Das ist, als wenn du ins Restaurant gehst, du bestellst was und es ist in drei Minuten da. Und denkst dir, warte, 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 warte. Und hier ist es halt so ein bisschen so, also dieses, ein Spiel, was so viel verspricht, wir benutzen immer ganz gerne die Vokabel, ein Spiel verhebt sich an seinen Ambitionen oder sowas. Und das hier, ich meine, das sieht alles bislang echt cool aus, aber wie viel davon dann im Spiel ist, wie viel du die einzelnen Aspekte wirklich nutzt oder wie viel sie jetzt wirklich ein kleines Detail sind, was mal für den Trailer genutzt wurde. Und wie viele dieser Sachen dann wirklich gut funktionieren, ineinandergreifen und wirklich systemisch Sinn ergeben und so, das ist vielleicht nochmal eine andere Frage. Aber Boy, howdy, ich habe mir den hinterher nochmal angeguckt, den Trailer, weil ich die Hälfte schon wieder vergessen hatte. Und jetzt ist das... Nee, also mir geht es da ganz genauso. Bei mir ist es auch so dieses, das kann auch nicht echt sein. Weil es ja tatsächlich auch gut aussieht im Trailer. Und ich frage mich dann auch, okay, fühlt sich das dann auch gut an? Wird das überhaupt so funktionieren, wie sie sich das denken? Wie funktioniert die Progression in einem Spiel, in dem du dann so viel machen kannst? Weil es ja dann so ein bisschen in Richtung, in so eine scheinbar systemische Richtung geht, wie in den Tears of the Kingdom. Und du siehst ja auch in dem Trailer, wie er durch die Luft schwebt und da sind so Inseln im Himmel, auf die man, auf die man auch rauf kann. Und es gibt so Puzzleareale oder sowas. Also so ganz, ganz viel Zeug, das sie versuchen, in dieses Spiel mit reinzubringen. Und in den Kommentaren waren auch Leute, die unsere Fassungslosigkeit geteilt haben, aber auch Leute, die gesagt haben, naja, wenn es von den Black Desert Leuten kommt, glaube ich denen das schon fast. Weil wohl Black Desert auch so viel macht. Kann ich jetzt nicht wirklich beurteilen, weil ich das Spiel nicht wirklich gespielt habe. Aber ich weiß, dass das so ein wildes Kampfsystem hat und da auch ein bisschen was versucht. Aber ja, da bin ich interessiert dran. Es gibt kein Releasedatum, deswegen keine Ahnung, wann das kommt. Und vor allem auch, wie gut es dann läuft, worauf immer es dann erscheint. Ebenfalls in den Kommentaren, ich habe das dann nicht verifiziert im Nachhinein, waren Leute, die meinten, die schon die Info offenbar gehabt haben, dass es gedacht ist als so ein ähnliches Modell wie Genshin oder so, wo es ein Free-to-Play-Games-as-a-Service-Ding im Wesentlichen ist. Oder aber trotzdem Singleplayer. Weil ich weiß nur, dass Leute gesagt haben, es ist kein MMO. Also kann ja sein, dass es trotzdem Koop hat oder sowas. Da habe ich jetzt nicht nochmal nachgeguckt. Das tut mir leid. Das müsste uns eventuell ergänzen. Also wie gesagt, worauf ich mich beziehe, sind auch nur Kommentare, die ich gesehen habe, als die Trailer liefen oder als wir die dann nochmal geguckt haben oder so. Kann also sein, vielleicht habe ich was falsch aufgenommen, vielleicht irrten sich die Kommentare. Das weiß ich jetzt an dieser Stelle nicht. Ich könnte es mir in gewisser Weise vorstellen, dieses Genshin-Geschäftsmodell ist ja sehr erfolgreich geworden. Und so eine Spiele wie Genshin Impact kann man ja tatsächlich auch ziemlich gut als Singleplayer-Spiele spielen. Ja. Nur, dass Genshin halt ein großer, da ist ein großer Teil des Geschäftsmodells halt das Gacha-Modell. Ja. Und ich sehe momentan noch nicht, wo Crimson Desert ein Gacha-Modell haben würde oder wie es sich ansonsten finanziert. Aber das, wie gesagt, vielleicht ist es ja auch was völlig anderes. Vielleicht ist es ja wirklich einfach Retail, Festpreis, irgendwas. Hätte ich nichts dagegen, weil ganz ehrlich, meine Neugierde ist ein bisschen geweckt. Es ist definitiv ein Spiel, in das ich gerne reingucken würde, auf die eine oder andere Weise. Ich habe nochmal nachgeguckt und es ist wirklich ein Singleplayer-Spiel. Es war mal gedacht als Prequel zu Black Desert Online, wurde dann irgendwie aber doch was Eigenes innerhalb der Entwicklung und basiert auch nach wie vor auf deren eigenen Engine, was ziemlich krass ist, weil heute gefühlt alles Unreal ist oder so. Ja, also genau. Wir sind gespannt. Wir müssen mal gucken, wo und wann auch immer das als nächstes auftaucht. Du hast deine Lieblingsszenen aus dem Trailer gar nicht erwähnt, wo man, wo die Pferdekutsche, nee, wo das Pferd um die Ecke driftet. Wir haben den Trailer zweimal geguckt und jedes Mal hast du an der Stelle so richtig aufgeleuchtet und so, oh geil, wie das Pferd driftet. Genau, weil das so absurd aussieht, weil das Pferd sich richtig reinlehnt in die Kurve. Und ja, also meinetwegen. Warum nicht Pferde in dem Spiel haben, die sich steuern wie in Need for Speed Underground? Ich möchte eine Bodenbeleuchtung, so eine Unterbodenbeleuchtung für mein Pferd. Ein gemoddetes Pferd. Wir haben dann noch einen Trailer für uns beide gehabt, Leo. Für niemand anderen, nur für uns beide. Den von Tekken 8, wo ein neuer Modus enthüllt wurde und wo auch die letzten Kämpfer enthüllt wurden, die noch übrig waren. Nee, nicht die letzten. Es fehlen noch ein paar. Nee, stimmt. Es fehlen ja noch die neuen Charakteren. Genau, es fehlen noch Viktor und Rena und es gibt noch ein paar. Aber es wurden zumindest diverse Charaktere gezeigt, die wir vorher noch nicht gesehen haben. Wir haben jetzt mal Dragunov gesehen, Leo, Shaheen, Steve und Yoshimitsu. Und das war ganz schön. Und Kuma. Genau, natürlich auch noch. Und die Bestätigung auch, dass es 32 Charaktere zum Launch sein sollen, was ein ordentliches Roster ist für ein Spiel zu Beginn, für ein Fighting Game. Ja. Und dann halt noch den neuen Modus gesehen, der so ein Arcade-Rückgriff sein soll. Also sie sagen, sie wollen die Arcade-Szene da behandeln. Und es ist ein Singleplayer-Modus, wo du dann mit Chibi-Charakteren, die dir auch selber zusammenstellen kannst in Customizing, an Arcade-Automaten oder so gegen andere kämpfst. Und dann noch scheinbar so Moderation-Leute hast, Moderationsteam, weil es wurden so Kommentatoren da gezeigt. Und wie genau das funktioniert, weiß ich nicht. Also dafür, dass sie das angekündigt haben als neuen Modus, ist der noch erstaunlich nebulös. Es ist interessant. Ich war hinterher im Tekken-Subreddit und die Highlights und das, worüber alle von den Trailer sprechen, sind halt die Kämpfer. Eine Sache, die du jetzt noch nicht so explizit erwähnt hast, ist, wir haben ziemlich viel vom Customizing gesehen, auch vom, also es gibt natürlich Customizing für die von dir gerade angesprochenen Chibi-Avatare, die du in diesem Arcade-Quest-Modus benutzt. Aber wir haben auch eine Menge vom Charakter-Customizing gesehen. Unter anderem haben wir witzige Szenen gesehen, wie zum Beispiel Lily und Asuka, die komplett vertauscht, die Kostüme des jeweils anderen getragen haben. Wir haben eine kleine Cutscene gehabt, in der Kazuya durch seine Sneaker-Collection läuft. Und wir hatten, wir hatten... Übrigens hast du das gesehen, dass das in der Lore schon etabliert war? Ich weiß, dass Kazuya Sneaker-Collection, er hat irgendwo, in irgendeinem seiner Steckbriefe war Hobbys Sneaker sammeln. Ja, das war mir nicht bewusst. Das finde ich ja krass, dass du das siehst in einem Trailer zu Tekken-Art und Leute schon sagen können, ach ja. Ja, Kazuya Sneaker-Collection. Ist ja ein etablierter Punkt dieses Charakters. Das ist nach seinem Hass auf Heihachi Mishima ist das wahrscheinlich seine zweite Großpersönlichkeitseigenschaft. Ja, nein, also, aber abgesehen davon haben wir, also wir haben Sachen gesehen, von denen ich jetzt einfach mal behaupten würde, dass sie voll durchdesignte Alternativ-Outfits sind für die Charaktere. Aber wir haben auch schon ein paar Sachen gesehen, die in Richtung Charakter-Customizing gehen, also wo du wirklich einzelne Kostüm-Aspekte hast. Also wir haben Nina mit Katzenohren gesehen, was weiß ich nicht. Da kam später dann auch nochmal ein Post zu, also offenbar ist es so, dass ein ganz großer Teil der einzelnen Kostümelemente von den vorgefertigten Charakter-Kostümen sind freischaltbare einzelne Komponenten, die du dann woanders, also die du freischalten kannst und woanders verwenden kannst bei anderen Charakteren. Auch das wird seine Grenzen haben, aber ich freue mich trotzdem darauf, Jack in Lillys Ballett-Outfit zu sehen oder sowas. Das wird sehr unterhaltsam. Ja, wahrscheinlich nicht, aber so eine Sache. Jedenfalls, und dann hattest du halt den Arcade-Quest und alle im Tekken-Subreddit haben halt geredet über das Customizing, über die neuen Charaktere, die man gesehen hat oder die neuen alten Charaktere, die man gesehen hat. Und keiner hat über diesen Arcade-Quest-Modus so richtig geredet und am allerwensten haben sie über diese komischen Avatare geredet. Und wenn, dann halt mit so einem, was zur Hölle ist das denn? Weil ästhetisch sind diese Charaktere nichts. Nee, die sind, also ich habe schon Vergleiche gesehen mit den Xbox Live-Avataren, die es gab oder sowas, ich finde, so sehen sie auch voll aus. Fällt sehr raus. So japanischer. Genau, erinnert mich so ein bisschen an das, was halt die Arc-System-Spiele machen mit ihren Fighting-Games, wo du in den Lobbys auch mit so Chibi-Varianten der tatsächlichen Kämpfer unterwegs bist beispielsweise. Und das hier zu so einem komplett eigenen Ding zu machen, wo du ja schon Customizing hast, wirkt eigenartig. Weil in Street Fighter 6 zum Beispiel ist das Customizing ja komplett beschränkt auf deine Avatare. Und mit den normalen Charakteren hast du nur die vorgefertigten Kostüme und die Farben. Und da hast du so eine Trennung. Und hier frage ich mich dann, also schalte ich auch die Items unabhängig von beidem frei? Oder sind die irgendwie kompatibel miteinander? Weil es kann ja eigentlich nicht sein, weil es sind ja komplett andere Proportionen. Und wie funktioniert dieser Singleplayer-Modus? Weil als sie das gesagt haben, als sie anfingen auf der Bühne zu reden mit, ja, wir gehen so in die Arcade-Kultur rein, dachte ich, oh, wir kriegen einen Singleplayer-Modus wie den von Virtua Fighter 4 Evolution auf der PS2, der halt richtig cool ist, wo du wirklich auch von Arcade zu Arcade gehst, also wirklich von Hallen, also virtuellen Hallen, in denen du dann gegen virtuelle Spieler kämpfst, um dich dann zu qualifizieren für Turniere oder sowas. Das hat Tekken danach ja auch so ein bisschen aufgegriffen mit diesen virtuellen Spielern. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch in so eine Richtung geht, weil das kann richtig gut funktionieren. Ich glaube, dass es einen Post dazu gab, dass auf jeden Fall Ghosts, oder wie auch immer man das nennen will, in anderen Spielen würde man Ghosts dazu sagen, dass die eine große Rolle in diesem Arcade-Quest-Modus spielen. Das wäre ja auch eine logische Fortsetzung von dem, was Tekken gemacht hat. Du hast es ja gerade schon angesprochen. Tekken hat das ja nach Virtua Fighter aufgegriffen. Wir werden es sehen. Nichts Genaues weiß man nicht. Und das ist momentan alles noch so ein bisschen Harada zwischendurch gepostet. Es gab zwischendurch ein, zwei Sachen, die so halb geleakt wurden. Und so wird man sehen. Ich finde es ein bisschen eigenartig, so eine Sache anzukündigen, uns so eine relativ verwirrende Optik hinzuwerfen und uns aber nicht genau zu erklären, was es damit auf sich hat. Und was ich halt schade fände oder finde, muss man ja fast schon sagen, weil es ja mehr oder weniger bestätigt ist, offenbar wird das Customizing dieser potestlichen Avatare ein großer Teil dessen ausmachen, was sie dir als Langzeitmotivation verkaufen wollen. Irgendwie hier, neues Customizing für diese Avatare. Und dann passiert schon so eine Sache jetzt, wie wenn du die FOMO-Edition von Tekken 8 vorbestellst, denn du kannst jetzt Tekken 8 vorbestellen seit dem Opening Night Live. Wenn du die bestellst, dann kriegst du exklusive Kostüme für deine Avatare. Und sie sind angelehnt an die echten Kämpfer. Sie sehen dann aus wie Kasu, Jun oder Jin. Und selbst voll gekustomized als diese Charaktere sehen sie grauenhaft aus. Sie haben halt Proportionen, die, also ich meine, es sind jetzt keine Funko-Pop-Figuren, aber es ist trotzdem irgendwie, sie haben zu große Köpfe, zu kleine Körper und es ist alles so, I don't want this. Man fragt sich so ein bisschen, für wen genau sind die gemacht? Also, weil die krassen Tekken-Fans brauchen das, glaube ich, nicht. Und du hast ja das Customizing und das Customizing kann ja auch eine Langzeit-Singleplayer-Motivation werden. Ich mag ja zum Beispiel bei Street Fighter 6 ganz gerne, dass sie den Story-Modus wirklich auch ausbauen, um die neuen Charaktere, die hinzugefügt werden. Also, wenn da ein neuer Charakter droppt, wie zuletzt Rashid, dann hat der auch seine kleine Quest innerhalb des Singleplayer-Modus und du hast nochmal einen Grund, dahin zurückzugehen, weil er da ja auch wirklich charakterisiert wird mit Cutscenes und so einem Kram und mit Dialog. Und das finde ich voll cute. Und da kannst du ja dann auch seine Charakterkostüme freischalten oder sowas. Und das ist für mich eine Art von Singleplayer-Langzeit-Motivation. Aber Tekken braucht, finde ich, einfach nur ... Es gibt ja in Tekken 7 dieses Ding, dass du diese Ghost-Battles oder wie sie heißen machst. Oder Treasure-Battles. Treasure-Battles. Und dann kriegst du halt immer wieder Stuff. Ja. Das ist super simpel, funktioniert, finde ich, als das, was es ist, ganz gut. Aber das könnte man theoretisch noch ausbauen und dem mehr Kontext geben für die Art und Weise, wie du Sachen freischaltest. Ja, auf jeden Fall. Wir werden es sehen. Eine Kleinigkeit vielleicht noch, bevor wir Tekken abhaken. Es gab ein, zwei Leute, die sich auch beschwert haben. Man sieht angedeutet im Trailer so ein paar Rage-Arts, also diese Super-Moves, die sozusagen jeder Charakter hat. Und das Interessante ist, alle, die man bislang gesehen hat in zum Beispiel dem Battle-Test, dem Network-Test, den es gab, waren relativ neu. Hier war jetzt schon zu sehen, dass es ein paar gibt, die quasi aufgepeppte Versionen von Tekken 7 Rage-Arts sind. Und das ist nicht in allen Teilen der Community gut angekommen. Ich bin ganz ehrlich, I couldn't care less. Aber es gibt Leute, die sind da ein bisschen, naja, also ich finde, die ganze Rage-Art-Kultur von Tekken geht sowieso ein bisschen in eine komische Richtung, aber es führt an der Stelle zu weit. Die Rage-Art-Kultur. Die sogenannte Rage-Art-Kultur, das ist ein wichtiger Teil von Tekken. Aber ich freue mich mehr denn je. Im Januar kommt es raus, das ist vielleicht auch nochmal erwähnenswert. Im Trailer war jetzt final das Release-Datum am 26., glaube ich. Genau, der 26. Ja. Und ich freue mich. Das ist also quasi Tekken 7 World Tour oder wie das heißt, dieses Turnier. Geht vorbei und ich glaube direkt eine Woche später oder so launcht dann Tekken 8. Ja, das ist, auf der Tournee sind dann nur noch acht Leute. Na, das glaube ich jetzt nicht, aber ich finde das irgendwie lustig. Okay, dann gab es auf der Opening Night Live noch Alan Wake 2 zum Beispiel zu sehen, was ja auch vorher groß geteasert wurde mit einem Trailer, der jetzt nicht wahnsinnig lang ist, in dem man aber trotzdem viel sieht. Das Spiel soll ja am 27. Oktober rauskommen und der Trailer hat bei mir zumindest auf jeden Fall nochmal Lust auf mehr gemacht, weil ich finde die Inszenierung, die wir dort sehen, wirklich hervorragend. Dieser Mix aus Echtwelt-Footage mit echten Schauspielern eingebettet oder eingebaut in die Gameplay-Passagen und der Wechsel, der da stattfindet und auch die Art und Weise, wie diese realitätstwistende Ästhetik rübergebracht wird. Weiß ich nicht, da habe ich voll Bock drauf. Das ist ja auch das, was Alan Wake im Wesentlichen ausmacht. Das ist ja das, weswegen man Alan Wake mag, glaube ich. Ja, und zuletzt ja auch Control, weil das ja in ähnlicher Form da auch stattfindet. Ja, definitiv. Auch hier wieder, ich habe es ja gerade vor der Nase, wir nähern uns in Control mehr oder weniger gerade so ein bisschen dem Ende des Hauptspiels. Twitch.tv slash TheGermanGuy. Dankeschön. Und das ist halt super cool und da bin ich auch voll dabei, so rein ästhetisch, auch wenn ich natürlich mittlerweile, ich weiß halt nicht so viel von der Lore und von der Erzählung von Alan Wake. Ich weiß, ja, er ist ein Schriftsteller und was er schreibt, beeinflusst die Realität. Das ist alles, was ich weiß. Aber ich glaube, das ist dann auch schon eine der wichtigen Sachen, die man wissen muss. Und ja, nee, also das mag ich total. Wo ich leider dann immer wieder raus bin, ist, sobald Action gezeigt wird und sobald ich sehe, wie die Taschenlampe hebt. Magst du diese Mechanik einfach nicht? Ich verabscheue diese Mechanik. Das ist der Grund, warum ich Alan Wake 1 nicht länger als ein paar Stunden spielen konnte, weil ich mir dann dachte, nee, sorry, da spiele ich lieber Videospiele, die Spaß machen. Also es ist, ja, it's a thing. Es wird sich ja sicherlich in irgendeiner Art anders anfühlen. Die Batterien halten kürzer. Genau, du musst jetzt noch mehr Alkalines sammeln. Du hast jetzt die Schüttelmechanik aus No More Heroes. Ja, genau. Du musst dann, ich meine, es gibt einen Gyro-Sensor im PS5-Controller auf jeden Fall. Ja, nein, also, ich bin... Oder hat das Ding einen Gyro-Sensor? Ich bin mir jetzt gerade nicht 100% sicher. Ich denke schon, Astro-Prolab hat er das. Ja, genau, das hat doch Gyro, oder? Ja, ja, das muss doch Gyro. Du fragst Sachen. Jedenfalls, der Punkt ist, ich gebe Alan Wake 2 gerne wieder eine Chance, auch wenn es vielleicht schwer ist, da jetzt reinzukommen. Da muss ich mal gucken, welche Zusammenfassungen von Alan Wake 1 ich mir gebe, damit ich da gut reinkomme. Aber ich bin vorsichtig pessimistisch, dass es einfach rein spielerisch wieder nichts für mich sein wird, was schade ist, weil ich glaube, dass es ästhetisch total mein Ding sein könnte und lore-technisch, aber naja. Ich frag mich aber auch, wie sie das rein für Leute machen, die halt neu dazukommen. Also wird es irgendeine Art von, was bisher geschah, geben? Oder machen sie einfach, nö, wir gehen einfach davon aus, dass du das alles weißt oder kennst? Das wäre so stark. Weil es wird ja 100 Prozent irgendwie, also notwendig weiß ich jetzt nicht sein, aber es wird ja, es basiert ja auf dem, was bisher passiert ist. Und sie wollen ja dieses große Universum aufmachen mit Control und Co., wo ja auch schon gesagt wurde, Max Payne und Quantum Break gehören halt nicht offiziell dazu, weil es sind ja nicht ihre Franchises. Quantum Break liegt ja bei Microsoft. Aber sie gehören dazu Augenzwinker, ne? Also sie schreiben dann halt einfach Charaktere rein, die so ähnlich sind, wie die aus Quantum Break oder Max Payne. Also Sam Lake schreibt die da rein. Und wir haben ja, er hat ja letzte Woche auch gepostet, dass Sean Ashmore dabei ist als einer der Charaktere. Also der Hauptcharakter aus Quantum Break. Also irgendwie diese Verbindung scheint es ja zu geben. Es gibt ja diverse Anspielungen, die die Leute schon gefunden haben in diesem kleinen Trailer an Control, an Max Payne und Co. Deswegen würde mich überhaupt nicht wundern, wenn es das trotzdem da gibt. Ja, wäre auf jeden Fall interessant. Und es ist, ich sag mal so, all diese Spiele wollen ja auch ein bisschen was anderes. Sie haben irgendwie immer Gemeinsamkeiten mit so paranormalem Stuff, der irgendwie mehr oder weniger offensichtlich ist und mehr oder weniger im Vordergrund ist und bestätigt ist. Selbst Max Payne hat so Elemente, bei denen man sich denkt, äh. Und es ist interessant. Aber auf der anderen Seite, man sollte auch nichts erzwingen wollen. Also wenn da gewisse Sachen nicht reinpassen, dann ist das okay. Ich finde, Control und Alan Wake harmonieren super miteinander. Die sind ja auch konzipiert. Da muss man nichts zusammenquetschen oder so. Sondern Control enthüllt sich relativ schnell als ein Alan Wake-Stoff sozusagen. Und das ist interessant. Also da bin ich mal gespannt. Das ist für mich die große Frage eigentlich an Alan Wake 2, als jemand, der nur Control auf dem Schirm hat und Alan Wake gar nicht so auf dem Kontroll hat. Wie viel Control wird erwähnt in Alan Wake 2? Wahrscheinlich nicht so viel. Aber es ist trotzdem, für mich wäre interessant, ob und wo es vorkommt. Ich glaube, da wird es schon mehrere Momente geben, wo du dann aufhorchst und sagst, Moment mal, das kommt mir doch bekannt vor. Aber Ende Oktober werden wir es rausfinden. Da kommt Alan Wake 2 raus. Das soll es jetzt erstmal zu Gamescom Opening Night Live gewesen sein. Falls ihr dann noch mehr unseren Eindruck zu den Spielen hören oder sehen wollt, schaut mal auf Hooked Live vorbei oder auf unserem Twitch-Channel, twitch.tv slash hooked live. Da gibt es die Aufzeichnung, wo Leo und ich uns die gesamte Opening Night Live angeschaut haben. Da könnt ihr das dann noch nachholen. Es war in der letzten Woche auch noch zu Gamescom eine Future Games Show, die ich gar nicht mitbekommen habe, muss ich ehrlich gestehen. Also ich weiß nicht, ob die nicht groß beworben wurde oder ob ich das einfach verpasst habe. Da waren jetzt aber auch nicht die ganz großen Sachen dabei. Da gab es Updates zu Spielen wie Puzzle Core, was nach wie vor hervorragend aussieht. Das ist so ein Post-Bike-Stunt-Spiel. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber guckt euch mal die Trailer dazu an. Die sind sehr hervorragend. Weißt du, Tom, wenn du die Sache nicht ernst nimmst, dann brauche ich auch nicht mehr vorbeikommen für Podcasts. Wenn du dir jetzt hier schon selber Spiele ausdenkst für die News. Stray Blade gab es ein Update. Off the Grid, dieses komische Neil Blomkamp. Robocop, es wurde, glaube ich, Battle Royale 2.0 oder so bezeichnet. Und Cyberpunk, da gibt es Gameplay zu, wo das echt nicht so toll aussieht. Oder Robocop Rogue City hat auch ein Update bekommen. Das wurde ja verschoben auf den 2. November. Das habe ich dir vor dem Podcast erzählt und du warst richtig erschüttert. Ich bin am Boden zerstört. Ich weiß nicht, wie ich mich weitermachen soll. Ich freue mich ernsthaft darauf, ich will das spielen. Es sollte im September rauskommen, ne? Ja, genau, es sollte im September rauskommen. Es kommt ja von den Leuten, die Terminator Resistance gemacht haben, glaube ich. Dieses auch halt Spiel zur Film-Franchise, wo die Leute dann aber wirklich gesagt haben, das ist erstaunlich gut. Also es scheint die Reihe richtig begriffen zu haben und so. Und die Robocop-Trailer, finde ich, sehen auch gut aus. Da gibt es jetzt auch einen neuen Trailer zu, wo natürlich man sich die Frage stellen darf, wie viel ist dann noch von der Satire von Robocop drin? Oder ist es einfach nur die Action von Robocop? Ja, möglich ist beides. Ich sage mal so, Terminator Resistance hat einen Teil der, der Terminator-Franchise gut aufgefangen. Nicht alles sicherlich oder so. Und ja, es ist, ich meine, solange ich Paul Verhoeven selbst dran sitze, würde ich jetzt einfach mal nicht damit rechnen, dass Rogue City ein Meisterwerk an Satire sein wird. Ich mag Robocop. Ich will es trotzdem spielen. Seltsame Geräusche, die du von dir kennst. Findest du. Passend zu Robocop. Okay, dann müssen wir, glaube ich, auch gar nicht so viel mehr zur Future-Game-Show sagen, außer, dass es noch einen Nachfolger gibt, auf den ich mich freue, obwohl ich den vorher gar nicht gespielt habe, nämlich Tormented Souls 2 wurde angekündigt. Und Tormented Souls steht schon ewig auf der Sollte-ich-mal-Spielen-Liste, weil das war vor zwei Jahren, glaube ich, so ein Indie-Darling, wo Leute gesagt haben, ach, guck mal hier, die AAA-Leute, also vor allem Capcom, weigern sich, Spiele zu machen mit festen Kameraperspektiven, Survival-Games. Also hier ist ein Spiel, das das einfach selber macht und das macht das richtig gut. Weil Tormented Souls war genau das. Feste Kameraperspektiven, klassische Resi-Rätsel und Kämpfe und Co. Und soll halt auch wirklich gut sein. Und jetzt wurde ein Nachfolger dazu angekündigt, der halt rein grafisch schon ein bisschen mehr zu können scheint und dann halt weiter in diese Schiene reingeht, soll 2024 erscheinen, auf den aktuellen Konsolen und auf PC. Und das freut mich besonders für die Fans von Tormented Souls und ist für mich noch mal mehr so ein Grund, das vielleicht mal nachzuholen. Der Trailer ist creepy as fuck, finde ich. Der Trailer ist ja creepy, ja. Dann haben wir zwei neue Projekte von Nightdive, die angekündigt wurden. Und Nightdive sind ja momentan on a roll. Die haben gerade erst das Quake-Remaster rausgebracht, das richtig gut war. Und haben jetzt zwei ihrer neuen Projekte angekündigt, nämlich Star Wars Dark Forces und Turok 3 Shadow of Oblivion. Und ich finde, Star Wars war eher so ein Ding von wegen, ja, okay, macht Sinn. Dark Forces war ja ein großes Ding. Eine Weiterentwicklung dieses Doom-Prinzips, wo nicht mehr nur geballert wird, sondern dann auch ein bisschen mehr Fokus auf Erzählung lag. Und ja auch die Basis für die Jedi Knight-Spiele, die dann später kamen. Und Turok 3 ist aber so ein Spiel, über das, finde ich, hört man gar nichts. Weil Turok und Turok 2, also höre ich immer wieder als Klassiker und wurden ja auch schon von Nightdive bearbeitet. Aber Turok 3 war so ein N64-exklusives Ding aus dem Jahr 2000, das, glaube ich, damals auch nur so okay bis gute Wertungen bekommen hat, aber jetzt nicht als großartig deklariert wurde. Aber gerade deswegen bin ich ehrlich gesagt total froh, dass auch diese Art von Spiel einen Remaster bekommt. Weil wir bekommen natürlich immer nur die Klassiker, aber warum nicht auch mal die Mittier-Spiele? Ja, es ist vielleicht gut, dass Leute einen etwas weiteren Blick werfen, als immer nur wir. Weil wenn es immer nur nach Fanwünschen geht, dann bleiben gewisse Perlen vielleicht auch raus. Ja, Turok 3, das ist, also weiter kann ein Spiel von mir nicht entfernt sein. Ich habe mit Turok keine Berührung, ich habe mit dem N64 keine Berührung. Ich habe mit Turok aber auch nicht so richtig eine Berührung. Ich habe das damals so verpasst, obwohl ich ja Dinos voll geil finde und fand. Ja, aber vielleicht, aber du magst ja klassische Dinos. Das hier sind ja mehr so modifizierte Krieger-Dinos mit Sci-Fi-Dingsbums. Ja, I don't know. Also ich freue mich auf jeden Fall für die Turok-Fans, sagen wir es einfach so, weil ich sehe da keinen Schaden drin. Und was war das andere, was Nightlife gemacht hat? Dark Forces. Dark Forces, genau. Ja, Dark Forces ist halt auch irgendwie interessant, weil Dark Forces höre ich immer so mehr als ehrwürdiges Spiel. Ja, hier begann die Jedi Knight-Reihe mit Dark Forces 1 und 2, als die Spiele noch Shooter waren im Wesentlichen und so. Aber was ich relativ selten höre, ist, dass Leute diesen Rückgriff in die Richtung machen, oh, Dark Forces, das will ich gerne wieder spielen. Es fängt meistens mehr an mit eben Jedi Knight, Jedi Academy, was weiß ich, einem von diesen Teilen oder Jedi Outcast, wo Leute dann in diese Jedi-Fantasie mehr reingehen. Aber nein, Kyle Katan war am besten, als er nur Blaster und Thermaldetonatoren benutzt hat. Das ist ein Take, den ich selten höre. Gab es denn Dark Forces schon das Lichtschwert? Oder kam das erst danach? Du fragst Sachen. Weil ich weiß, dass das in den früheren Spielen, weil es gab ja Dark Forces und dann gab es Jedi Knight, ne? Oder nee, es gibt Dark Forces 2. Es gibt Dark Forces 2 auf jeden Fall auch noch, ja. Und ich weiß, dass man in den früheren Spielen auch schon mal ein Lichtschwert hatte. Und das war dann halt noch so ein bisschen wonky. Ja, als Fuchtel-Nahkampf wahrscheinlich, als Ersatz für die Faust in Doom. Ja, I don't know. Also jedenfalls, ich freue mich, wir haben ja gerade so ein bisschen eine Boomer-Shooter-Phase, wo Spiele wie, was weiß ich, Boltgun zum Beispiel, fühlt sich an für mich wie Dark Forces. Einfach, weil es diese Pixel-Optik hat und weil es ein Sci-Fi- und Shooter-Szenario hat mit dieser ganzen Boomer-Shooter-Nummer. Und es kommt ein bisschen auf an, was man daraus macht, weil wenn man diese Spiele zu hart modernisiert, man versucht, alle moderne Optik, alle moderne Ansprüche da reinzupressen, dann verlieren sie, glaube ich, ihre Identität und ihren Charme und dann machen sie keinen Spaß mehr. Also muss man gucken, wo man die Grenze zieht. Genau, da mache ich mir bei Night Drive tatsächlich wenig Sorgen, weil in den Trailern wird schon deutlich, dass es ja immer noch sehr einfach aussieht wie die alten Spiele, dann halt nur angepasst mit irgendwie neuer Auflösung oder höherer Framerate oder sonst irgendwas. und der modernen Steuerung auf Konsole halt angepasst auf moderne Controller. Und viel mehr erwarte ich da noch nicht. Ich finde halt sowas geil wie diese Museumsfeatures, die sie in Quake jetzt reingehauen haben. Hängt natürlich immer von Verfügbarkeit ab, was das für Dokumente gab von damals. Aber sowas mag ich immer total gern. Und es gibt ja auch schon Andeutungen über das, was Night Drive in Zukunft machen, weil auf Twitter gab's Leute, die gefragt haben nach The Darkness, dass das doch irgendwie mal wieder zurückkommen sollte, weil das ja feststeckt auf den alten Konsolen. Und total seine Fans hat, obwohl war The Darkness 1, war Starbreeze und Darkness 2 war es Digital Extremes, ich wollte grad sagen. Kommen wir später noch zu, aber das ist ja Quatsch. Und da hat einer von Night Drive gesagt, dass sich The Darkness auf ihrer Liste befindet und Spielen, die sie machen wollen. Ob das dann auch wirklich passiert und wann vor allem es passiert, ist eine andere Frage. Aber das find ich halt super cool, weil das ist ja schon 360 und PS3-Generation, ist ja nochmal was anderes. Aber wär super cool, The Darkness auf aktuellen Konsolen und PC zu haben. Vor allem, man muss sagen, also The Darkness ist ein Spiel, das ist in meiner Erinnerung und so, ist das so cool und so irgendwie, so eine coole, ja, nostalgische Sache, dass ich ein paar Jahre später dann versucht habe, die nochmal zu spielen und dann gemerkt habe, dass es leider spielerisch nicht sehr gut gealtert ist. Also, dass es mir einfach keinen Spaß mehr gemacht hat, spielerisch und so. Was bedeuten würde, dass wenn da ein Remaster irgendwie in irgendeiner Weise Hand anlegt und vielleicht ein paar Sachen auffrischt oder so, wäre das vielleicht dann nochmal eine Möglichkeit, da ein bisschen mehr Schwung reinzubringen oder so. Das wäre ganz cool. Ansonsten hat The Darkness natürlich das, was es hat, Atmosphäre, Humor, die Lore, was weiß ich nicht alles. Einen ganzen Film, den du ja angucken kannst. Im Wesentlichen, ja. Auf der Couch sitzen mit deiner Freundin, die auf deiner Schulter pennt und dir einen alten Schwarz-Weiß-Western-Film anguckst. Und es gab Cliff Blesinski, ehemals Epic und Unreal und Co., hat auch als Quake rauskam, auf Twitter so geschrieben, ey, warum passiert das eigentlich nicht mit Unreal? Warum kann man die alten Unreal-Spiele nicht in dieser Art und Weise nochmal neu rausbringen? Er hat da ja scheinbar keinerlei Macht mehr drüber. Und da hat auch jemand von Nightdive gesagt, ja, also wir würden es gerne machen. Hier, Tim Sweeney, sag uns Bescheid. Wir können das für euch machen. Die Unreal-Tournament und Co. wieder zurückbringen und so. Oder remastern. Weil das ist ja so ein Ding gewesen. Epic haben das ja mal alles offline genommen. Also du kannst die alten Unreal-Spiele, glaube ich, aktuell nicht mehr holen. Die waren alle mal verfügbar. Also wirklich die Ursprungsversion. Und sind sie jetzt nicht mehr. Und keiner weiß so richtig, warum. Und davon wäre aber die Nightdive-Behandlung, finde ich, würde da auch sehr profitieren von. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Okay, wir kommen zwischen all diesen Ankündigungen zu einer sehr eher deprimierenden News. Denn es gab mega viele Entlassungen bei BioWare. EA haben vor einer ganzen Weile mal angekündigt, dass sie 6% der Leute kürzen wollen, der Stellen kürzen wollen. Und das ist jetzt wohl eine Folge dessen, bei BioWare sind circa 50 Leute entlassen worden. Und darunter auch Veteranen, wie zum Beispiel Mary Kirby, die Autorin dort ist, die seit 2006 dort arbeitet. Oder Lukas Christianson, der seit Baldur's Gate 1 dort arbeitet. Also seit den 90ern. Und die Kultur dieses Studios wohl auch mitgeprägt haben soll. Also da hat es auch wirklich Veteranen getroffen. Ehemalige Entwickler, wie zum Beispiel David Gaider, der ja schon seit einer Weile nicht mehr da ist. und jetzt schon seine ganz eigenen Projekte macht. Bekunden Mitleid über Social Media und Co. Und es gibt auch ein offizielles Statement von BioWare, das sich natürlich sehr bitter liest, wenn du weißt, dass da 50 Leute ihren Job verlieren. Weil sie das halt so schreiben, so von wegen, ja, damit BioWare in der Zukunft gedeihen kann, müssen sie agiler werden und müssen sich mehr fokussieren. Und deswegen müssen jetzt unvermeidbare Änderungen passieren. Wir haben das Unkraut weggeschnitten. Und deswegen haben wir 50 Leute entlassen. Also es klingt halt total komisch. Und vor allem, wenn vorher schon die Ankündigung mal da war von EA, naja, als Kosteneinsparung wollen wir 6% der Leute entlassen. Ja, super. Weil bei BioWare laut LinkedIn arbeiten bei BioWare momentan circa 500 Leute. Ich weiß nicht, wie aktuell und korrekt diese Zahl ist, aber das ist die Zahl, die wir basierend darauf haben. Ja, und davon mussten dann scheinbar auch ein gewisser Prozentsatz weg. Ja, es ist halt, die Frage ist, wie viel Einfluss hatte BioWare selbst darauf? Wie viel hat EA einfach gesagt sozusagen? Ja. Das ist schwer zu sagen von außen, wie das hinter den Kulissen läuft. Man muss halt sagen, BioWare ist halt immer noch in a rut. Also das ist, die haben sich, würde ich sagen, von Anthem bislang immer noch nicht erholt. Weil wodurch denn? Was soll, was ist seit Anthem passiert, was irgendwie denen Aufschwung gegeben haben soll? Nee, das ist ja das Ding. Es kommt ja einfach nichts raus. Dragon Age Dreadwolf ist seit Ewigkeiten gefühlt in Entwicklung und bekommt immer nur Teaser, was Trailer anbelangt. Und ist auch momentan geschätzt auf Mitte 2024. Und hier Jeff Grubb meinte neulich sogar, dass er wohl auch gehört hat, dass 2025 genauso möglich ist. Also immer noch wahnsinnig weit hin, wo ich gedacht hätte, das wäre jetzt langsamer Zeit. Und Mass Effect ist in Pre-Production. Ja, also im Wesentlichen halten sie sich finanziell wahrscheinlich über The Old Republic. und das war's. I don't know. Also ich weiß halt nicht, woher, also wenn EA guckt, was kostet uns BioWare momentan, was bringt uns BioWare momentan, was sind die Prospects in der Zukunft von BioWare? Also, verstehe mich nicht falsch. Überhaupt nicht Teufelsadvokat. Ich will hier überhaupt nicht EA übermäßig in den Schutz nehmen. Aber es ist so, ja, BioWare, ihr seid ein Spielstudio und ihr macht gerade keine Spiele. Das ist ein Problem. Also das ist, es soll überhaupt nicht irgendwie so, ja klar werden da Leute entlassen und das ist auch gut so, sondern es ist wirklich mehr so, da muss was passieren, weil das geht so nicht weiter mit denen. Ich meine, das hängt ja auch zusammen. EA mussten ja scheinbar erst mal lernen, dass momentan nicht alles Multiplayer sein muss. Dass Games as a Service nicht der heilige Gral ist, mit dem man in die Zukunft des unendlichen Geldmachens hineinschreitet. Jedenfalls nicht automatisch, ja. Nicht automatisch, weil Anthem war ein Spiel mit Identitätskrise, was mega viele Entwicklungsprobleme, Managementprobleme hatte und bis zum Schluss da teilweise Leute nicht wussten, was machen wir hier eigentlich für eine Art Spiel. Und das war halt auch kein BioWare-Spiel. Es war überhaupt nicht das Spiel, das die Leute von BioWare haben wollten. Und Mass Effect Andromeda hat auch so ein bisschen das Problem. Das war zwar immer noch, finde ich zumindest, ein BioWare-Spiel und ich mag ja Andromeda in gewisser Weise auch. Also finde das jetzt nicht, ich würde das jetzt nicht abstämmeln als ein schlechtes Spiel, aber es ist nicht mehr auf dem Niveau von dem, was sie früher gemacht haben. Und da fehlt schon noch einiges. Und sich da jetzt wieder auf die alten Enttugenden besinnen. Und ich glaube bei, doch, ich glaube bei Dragon Age haben sie sogar einen Multiplayer mal geplant gehabt und haben den wieder weggecuttet, sodass es jetzt wirklich ein Singleplayer-Spiel wird. Und da liegen natürlich die Hoffnungen der Fans drin. Und sie sagen ja auch, der Fokus liegt jetzt auf Dragon Age Red Wolf. Das ist der Fokus von BioWare. Also das wird auch nach wie vor erscheinen und wird hoffentlich auch gut werden und so. Aber trotzdem ist es natürlich sehr demoralisierend, einerseits fürs Studio und natürlich mega für die Leute, die da rausgeschmissen werden, aber auch für Leute, die von außen auf BioWare gucken und sich vielleicht immer noch so halb als Fans bezeichnen, dann solche News zu lesen, wo vor allem auch Veteranen dran glauben mussten. Auf jeden Fall. Ich denke, der Fokus auf Dragon Age ist logisch. Ob er funktionieren wird, wird man sehen, aber das ist... Vor allem jetzt mit Baldur's Gate 3. Das ist genau, worauf ich hinaus will. Also Baldur's Gate, es gibt diese, es gibt gerade so eine Memes, kennst du diese Szene am Ende von Ratatouille, wo der Essenskritiker wieder in seine Kindheit zurückgeworfen wird? Da gibt es halt Memes davon, wie er von Baldur's Gate 3 kostet und wird zurückgeworfen in seine Kinderphase und hat Dragon Age 1, Dragon Age Origins vor sich. Ich würde sagen, es ist vielleicht, also ich glaube, Baldur's Gate 3 liefert tatsächlich mehr, als Dragon Age jemals hat in Sachen Rollenspiel, aber das ist nochmal eine andere Sache. Aber der Punkt ist, dass das ist, was BioWare kann. So klassisches Dragon Age mit einer linearen, oder was heißt gar nicht mal so linearen, also halbwegs linearen, aber vor allem klassischen Rollenspielgeschichte, Singleplayer-Erfahrung, ohne Schnickschnack, ohne Blödsinn und dafür einfach so gut, wie es geht, eine Singleplayer-Rollenspiel-Erfahrung, das halte ich für keine schlechte Idee. Und da braucht es nicht mal sowas wie den Mass Effect-Multiplayer oder so ein Dreck dran, das braucht es einfach nicht. Oder, ja, oder Microtransactions oder Games as a Service oder was auch immer diese Seuchen sind, die momentan die Spiellandschaft plagen. Weil das ist nicht das Profil von BioWare, ein Studio, was diese Sachen kann, was mit dieser Sache Erfahrung hat und wo die Stärken dort liegen. Auf jeden Fall, ja, von mir aus, aber, ja, BioWare. Ja, du hattest in der Vergangenheit immer wieder solche Sachen, der Multiplayer in Mass Effect ist die eine, wobei der ja noch erstaunlich beliebt war, hatte ich zumindest. Ja, der ist cute. Das Gefühl, genau. Also das passiert ja auch manchmal, Last of Us hatte auch einen Multiplayer und die Leute haben gesagt, das ist erstaunlich gut. Komisch. Auch erschartet. Ja, genau, manchmal passiert das. Aber auch als Dragon Age Origins rauskam und erfolgreich war und wie sie dann Dragon Age 2 gemacht haben innerhalb von einem Jahr oder so und dann Dragon Age 3, das aber wieder was anderes. Also, weiß ich nicht, diese Identitätskrise, die da teilweise herrscht und diese komische Behandlung von ich muss ausgehen, EA oder zumindest vom Management, wie genau sie dann mit den verschiedenen Sachen umgehen. Da hatte ich eigentlich in letzter Zeit das Gefühl, durch Jedi zum Beispiel, dass sie inzwischen wissen, ja, okay, Singleplayer passt schon. Gutes Singleplayer verkauft sich auch immer noch richtig gut. Da sollte man vielleicht gerade BioWare die Chance dafür geben. Also das ist so. Ja, eben. Eben. Na ja, mal gucken. Ich weiß nicht, wie viele der Sachen bei BioWare selbst passiert sind. Dieses, alles muss größer und Open World sein und wir brauchen 15 Planeten und Multiplayer und so. Es ist immer schwer zu sagen, wie viel ist davon. BioWare interne obere gewesen sein, die gesagt haben, nee, wir müssen das jetzt so machen. Möglich. Es gibt eine What Happen-Folge zu Andromeda. Da könnte man vielleicht mal reingucken. Vielleicht werden da einige Sachen klar. Ich hoffe jedenfalls, dass es mit BioWare bergauf geht, unter anderem, damit solche Sachen nicht mehr passieren. Den Leuten, die dort gehen mussten, die dort gegangen worden sind, natürlich alles Gute für die Zukunft und das Gute ist, dass solche fähigen Leute dann in der Regel ja der Games-Industrie auf die eine oder andere Weise erhalten bleiben und meistens an besseren Orten landen. Würde ich auch von ausgehen. Trotzdem, also wenn du seit Ballersgate 1 bei BioWare bist und jetzt gehen musst, das ist halt was zur Hölle. Bitte. Es ist als ob du nach 35 Jahren von deinem Ehepartner verlassen wirst, so was zur Hölle. Ja, weiß ich nicht, diese Loyalität, die da zu fehlen scheint, ist dann irgendwie seltsam. Nun gut, wir haben daneben noch ein paar Updates gehabt in der letzten Woche. Zum Beispiel gab es Gameplay zu sehen zu Soulframe, weil es gab ja auch die TennoCon um Warframe herum. Warframe sind wir jetzt so ein bisschen raus, aber das neue Spiel von denen... Ich spreche für mich selbst, ich habe ziemlich viel Warframe gespielt. Okay, bin ich ein bisschen raus. Magst du es auch? Ja, es war keine Selbstbestrafung, dass ich es gespielt habe. Es hätte ja sein können, gespielt im Sinne von aus Neugierde mal reingeguckt. Nein, nein, ich habe mehrere hundert Stunden in Warframe. Oh, okay, damn, never mind. Und sie arbeiten ja in ihrem neuen Spiel Soulframe, was so ein Fantasy-Schnetzelspiel wird, oder Schnetzelspiel ist vielleicht ein bisschen unter Wert verkauft, Fantasy-Rollenspiel, wo du auch in Koop unterwegs bist, also was auch ein Free-to-Play-MMO werden soll. Und da gibt es jetzt wirklich 30 Minuten Gameplay zu, wo sie teilweise auch drüber reden und erklären, ja, hier, das sind so die Mechaniken und das Szenario ist so eins, wo du die Verbindung zu deinen Ahnen suchst und die Vergangenheit eine große Rolle spielt und du dann auch irgendwie mit Seelenfähigkeiten oder so ein Kram arbeitest. Also sie haben so ein bisschen was gezeigt über die Charakter-Individualisierung. Und aber auch, wie man im Koop zum Beispiel da rumgeht und gegen Leute kämpft. Das war auch ein Bosskampf zu sehen, der halt so ein bisschen soul-sich aussieht. Also es geht so ein bisschen in die Richtung. Ich glaube, da hat man schon ungefähr die richtigen Bilder im Kopf. Ich finde, es sieht noch ein bisschen behäbig aus und auch noch ein bisschen wonky. Also es wirkt wie ein Spiel, was schon noch ein bisschen Entwicklung vor sich hat. Aber das Szenario und so der ganze Vibe und die Stimmung und die Musik, da finde ich es schon ganz viel, was mir gefällt. Auf jeden Fall. Und auch hier wieder, also ich meine, es heißt Soulframe. Mit anderen Worten, es hat das Wort Frame drin, oder es hat das Wort Soul drin. Genau, cute. Was irgendwie lustig ist, wenn man sich so Teaser-Trailer anguckt oder so, merkt man, sie wollen auch von der Ästhetik, vom Pacing, vom Tempo her, so ein bisschen mehr, ein bisschen entschleunigt und halt fast schon ein bisschen diese Souls-Melancholie vielleicht einfangen. Genau. Du siehst ganz viel so spleenig designte Naturkreaturen und teilweise auch so Geister und Spirits. Also ich habe mir das angeguckt und was meinte ich vorhin zu dir? Ich meinte, es ist ein bisschen entsättigt, so ähnlich, wie Warframe ja im Grunde auch ist. So ein bisschen gedämpfte Farbpalette und so weiter und so fort hat halt das Tempo oder zumindest diesen melancholischen, trottenden Aspekt, den Souls hat, so wie es sich präsentiert und gleichzeitig hat es aber ein bisschen so Miyazaki, Prinzessin Mononoke, Waldgeister und irgendwelche Totemtiere und was weiß ich nicht alles und so. Und das ist cool. Alles bekannte Elemente, die aber hier einmal mehr in einer etwas anderen Konstellation, als man schon kennt, zusammengesetzt werden und ja, jetzt muss es halt noch spielerisch was hermachen. Warframe können sie. Warframe ist kein Problem. Das haben sie nahezu perfektioniert und Warframe ist aber etwas, was vom Tempo und von der Mobilität her und sowas halt eine ganz andere Nummer ist und ich weiß nicht, wie man ein, ich sag jetzt mal methodischeres, langsameres, behäbigeres Kampfsystem, ob man das dann automatisch auch gut hinkriegt. Großes Fragezeichen. Natürlich, ja. I don't know. Aber ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dass es sich so deutlich abhebt von dem, was sie vorher gemacht haben und du merkst, okay, sie haben hier dann eine scheinbar sehr klare Vision. Mich hat es ästhetisch vor allem an Greedfall erinnert, weil es halt auch so braun ist und auch so ein bisschen mit diesen Waldwesen und sowas, weiß nicht, erinnert mich da so ein bisschen dran. Aber schon noch in eine andere Richtung und sieht auch besser aus. Aber ja, also ich werde das sicherlich auch mal anspielen, aber bei Warframe bin ich ja nie so ganz reingekommen. Das habe ich auch nur angespielt und fand, das fühlt sich richtig gut an. Ich hätte das gerne als richtiges Singleplayer-Spiel und ich meine, ich könnte, wie hieß das, Warglave oder so spielen, deren Vorgänger Speerhofter 360 oder was das war. Ja, aber müssen wir mal gucken. Es hat noch keinen Release-Termin oder sonst irgendwas. Also ich weiß gar nicht, was sie damit gerade anpeilen. Vielleicht haben sie da irgendwie mal eine Richtung angegeben, das habe ich jetzt nicht nochmal gelesen. Nein, Speerhofter ist da in Greedfall. Kommt nicht Greedfall 2 auch? Ich habe das auch angekündigt. Aber nicht jetzt. Es fällt mir gerade ein, weil du Greedfall erwähnt hast und ich mag Greedfall. Doch, genau. Greedfall 2. Kommt es im Oktober? Ich glaube nicht, dass es dieses Jahr rauskommt. Na gut. Dann muss ich mir die Zeit bis Robocop Rogue City anderweitig vertreiben. Auf Steam steht bei Greedfall 2 nur Coming Soon. Na gut. Greedfall 2, The Dying World heißt es. Ja, das kommt ja von Spiders. Die haben zuletzt Steel Rising gemacht, was letztes Jahr rauskam. Auch nett. Genau. Es gab noch einen Gameplay-Trailer zu so Sachen wie zum Beispiel Like a Dragon, the man who erased his name, was ja im November erscheinen soll. Habe ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht viel anguckt, weil ich irgendwie Angst habe vor Spoilern, was aber auch schon Quatsch ist, weil ich habe ja Like a Dragon gespielt. Ich habe den siebten Teil gespielt, obwohl ich die Teile davor nicht gespielt habe. Also eigentlich bin ich schon gespoilert. Deswegen ist es so ein bisschen egal. Ich bin mittlerweile ein bisschen verwirrt. Welcher Teil ist das? Ist das der nächste mit Kasuga? Genau, das ist der, der sich wieder auf Kasuja, Kirio konzentriert. Kasuma. Kasuma Kirio. Ich kenne nicht, Kasuja Vateken. Der sich auf Kirio konzentriert und Like a Dragon 8 kommt ja noch in der Zukunft. Also beziehungsweise Like a Dragon Endless Wealth hieß der Teil. Oh boy, ey. Eure Namenskonvention. Ihr hättet es lassen sollen. Ganz ehrlich, ihr hättet einfach, die hätten weiter, von mir aus hättet ihr einmal die Namensänderung machen sollen von Yakuza zu Like a Dragon im Westen. Aber dieses Ganze mit diesen ganzen Spin-Offs und bla, das ist so ein Schrott. Ich finde vor allem durch die Spin-Offs wird es ein bisschen verwirrend, vor allem dann zu wissen, okay, wo, an welcher Stelle spielen die jetzt genau. Aber ja, mein Gott. Ich finde es halt so lustig, dass sie einfach Kirio nicht loslassen können. Nee, können sie scheinbar wirklich nicht. Das ist irgendwie, ja, unsere Hauptreihe geht in eine andere Richtung und wir haben einen neuen Protagonisten und wir sind unheimlich glücklich damit. Und dann kommt ein Kirio-Spin-Off nach dem nächsten, weil ohne Kirio geht es nicht. Es ist nur eine Frage. Meine Prophezeiung, Like a Dragon 9, wieder mit Kirio in der Hauptrolle. Ja, willst du dich hier festlegen? Nee, aber es würde mich auch nicht überraschen, wenn es passiert. Ich hätte mal eine Wette machen können. Nun gut, damit sind wir fast durch mit den News. Eine Sache wollte ich aber nicht unerwähnt lassen, denn es ist das Ende einer Ära für Nintendo. Charles Martinet wird nicht länger Mario sprechen oder nicht länger Wario oder Warluigi oder all die anderen Charaktere, die er gesprochen hat. Er wird jetzt stattdessen, also seine neue Rolle ist Mario Ambassador, also Botschafter irgendwie, für Mario, der dann, also ich stelle mir das, bildlich stelle ich mir das so vor, dass er so andere Leute dann coacht, wie sie Mario zu sprechen haben. Aber es ist halt ganz lustig, weil in dem Mario Wonder Trailer, dem neuen 2D-Mario, das noch in diesem Jahr erscheint, haben die Leute schon gesagt, irgendwie klingt Mario ja anders. Mario klingt leicht anders. Und das scheint ja dann vielleicht schon eine der Folgen zu sein, dass jetzt nicht mehr Charles Martinet diese Charaktere spricht, die er seit Mario 64 eingesprochen hat. Neben Mario sind es noch ein paar andere Charaktere, Wario, glaube ich, und Warluigi. Ja, welche spricht er denn alle? Er spricht Mario, Luigi, Wario, Warluigi, Baby Mario. Ich gucke gerade mal auf seine Liste seiner Rollen. Aber ich glaube, das sind schon so die wesentlichen. Er zieht sich, das habe ich in der ganzen Sache eigentlich gar nicht mitbekommen, er zieht sich Charles Martinet komplett in den Ruhestand zurück, weil er ist ja auch, also das sollte nicht unterschlagen werden, er ist nicht nur Mario, er hat auch noch ein paar andere Voice-Acting-Credits im Laufe der Jahre gehabt, und die Frage ist, werden wir ihn jetzt gar nicht mehr hören? Nee, ich glaube, es ist kein Ruhestand, ich glaube, er hört nur auf als Mario. Bin ich mir nicht 100% sicher, aber naja doch, er hat auf Twitter, es gibt ja so ein offizielles Statement von Nintendo, wo sie sagen, das ist jetzt so die Rolle, er ist jetzt Mario Ambassador und so weiter und so fort, und er selber hat das ja dann auch retweetet und gesagt, auf zu neuen Abenteuern oder so. Also der wird ja noch andere Sachen machen und wie du schon sagst, der ist ja auch Schauspieler und Sprecher und sonst irgendwas, der macht ja auch andere Sachen. Berühmterweise hat er Parthenax, den Drachen in Skyrim gesprochen und ... Berühmterweise, ja. Also ich, das ist die erste Sache, die mir einfällt, wenn ich daran denke, was spricht Charles Martinet außer Mario? Ja, ich weiß aber trotzdem nicht, ob ich dem, ob ich berühmt sagen würde. Du kannst mich verscheißern, wenn ich sage, berühmterweise ist er der, ist er der Narrator des Anfangs von Ray of the Summary 2. Dann kannst du mich verscheißern. Davor lasse ich das nicht zu. Wieso? Das weiß doch jeder. Das, ja, und ich habe gehört, dass er jetzt, also mit seiner neu gewordenen Zeit, die er macht, hat er, glaube ich, ein Casting gemacht, dass er im MCU jetzt Star-Lord wird, um sich zu rächen. Um sich zu rächen. Das ist, glaube ich, irgendwie so. Aber auch nicht nur die Stimme, sondern er wirklich als Schauspieler. Ja, irgendwie auch Live-Action und so. Chris Pratt. Tschüss. Good riddance. So, das wird es gewesen sein mit den News für diese Woche. Es ist wieder Zeit für eine kleine Werbepause. Holt euch ein kostenloses Hörbuch, Probeabo mit audible.de slash hooked oder geht shoppen bei Amazon mit unserem Affiliate-Link. Besucht außerdem unseren Merchandise-Shop bei GetShirts. Dort gibt es T-Shirts, Hoodies, Tassen, Mauspads und mehr mit Hooked oder Time-to-3-Logo oder auch Comic-Designs von uns. Ebenfalls vorbeischauen solltet ihr auf den YouTube-Kanälen von Hooked, unserem Let's-Play-Kanal Time-to-3 und unserem Twitch-Kanal Hooked live. Aktuell laufen etwa eure Spiele des Jahres 2003 und Robins Videotagebuch zu Final Fantasy 16. Beides mit Early Access für neue Folgen auf Patreon und Steady. Bei Time-to-3 geht's derweil weiter mit einem immer weiter eskalierenden Glover. Außerdem erschien die zweite Folge von Dino Crisis 3 mit Speckobst. Für 5 Euro SupporterInnen erschien zudem eine neue Ausgabe von Hooked on Topic, in der Leo und ich uns gegenseitig ein paar unserer Lieblings- Videospielmusik-Tracks vorstellten, von Jet Set Radio Future bis hin zu Monkey Island 2. All das wird erst durch eure Unterstützung auf patreon.com.de und steady.de ist erschuckt möglich. Wir freuen uns auf euren Support. Alle relevanten Links findet ihr in der Beschreibung. Das war's mit der Werbung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben. Ich beginne mal mit Armored Core 6 Fires of Rubicon, dem neuen Spiel von From Software und ein neues Spiel in der Armored Core-Reihe, der altehrwürdigen Armored Core-Reihe, muss man ja sagen, die aber schon sehr lange keinen neuen Teil mehr bekommen hat. Denn das letzte Armored Core war, glaube ich, diese eine geupdatete Version von 5, also von 2013 oder sonst irgendwie und danach war Stille. Und dann haben sie sich ja sehr auf diese Souls-Born-Formel gestürzt und mit Sekiro sind sie noch am meisten abgewichen, aber sie waren schon immer auf dem gleichen Pfad. Und Armored Core 6 war jetzt so eine Rückkehr zu dieser alten Franchise und ich kann auch bestätigen, das ist wirklich ein Armored Core. Also das ist ein missionsbasiertes Spiel, in dem ihr einen Mech habt, den ihr euch komplett selber zusammenstellen könnt von Anfang an und in dem ihr dann halt diese Action-Kämpfe ausübt, die auch richtig Hardcore werden, also die auch richtig schwer werden können. Und es hat da sehr wenig von dem, was so in From-Software-Spielen sonst stattfindet, zumindest in den Souls-Spielen oder sowas. Also du hast keine große zusammenhängende Welt, du hast nicht diese Art von Entdeckung, du hast nicht diese Art von Rollenspiel-System oder sonst irgendwie, sondern halt bisher zumindest, ich bin im dritten Kapitel des Spiels, bisher eine lineare Geschichte, die aber auch genauso erzählt wird, wie in den vergangenen Armored Core-Spielen. Ich habe noch nicht ein Gesicht gesehen in diesem Spiel, noch nicht einen Menschen. Wird erzählt mit Mechas. Ja, naja, nicht mal das so richtig. Das, was du kriegst, sind halt so Radio-Durchsagen, wo Leute mit dir reden, dein Händler oder sowas oder dann später so eine mysteriöse Stimme, die mit dir redet und dir dann auch Aufträge gibt und das sind alles gesichtslose Stimmen, die gut eingesprochen sind, aber die dir dann halt was erzählen von Rubicon und von Coral, dieser Substanz, die hier geerntet wird und was dann alles so dahinter steckt mit den verschiedenen Söldnergruppen, weil es ja immer noch dieses etwas dystopische Szenario ist und das bleibt halt alles sehr kalt, dadurch, dass du halt diese Distanz hast und es bleibt auch ein bisschen, also es ist halt einfach ein bisschen öde von der Art und Weise, das so zu erzählen. Es hat ab und zu mal richtig schöne Cutscenes. Also da haben sie, finde ich, ein bisschen was gelernt aus den vergangenen Spielen. Das merkt man in der Art und Weise, wie hier inszeniert wird, vor allem auch, wie auch Bosse teilweise inszeniert werden, aber also wegen der Story seid ihr, glaube ich, nicht hier. Da ist vielleicht ein bisschen was, wenn man so richtig aufpasst und sich das irgendwie dann auch notiert oder keine Ahnung, die Aufmerksamkeitsspanne dafür hat, aber ich hatte wirklich jetzt ab dem zweiten Kapitel oder so das Bedürfnis, diese Intro-Einführungs-Briefings für die Mission zu skippen, weil sie sich auch aus eigenartiger Weise dazu entschieden haben, dass du das nicht Zeile für Zeile skippen kannst, sondern entweder nur ganz oder gar nicht. Also du hörst es dir entweder komplett an mit all den Pausen, die sie machen zwischen ihren Sätzen oder du skippst alles auf einmal und in den Debriefings, also wenn du fertig bist mit einer Mission und wieder nach Hause kommst und sie dir dann sagen, ja, das war jetzt so und so, da kannst du dann Zeile für Zeile skippen. Ich weiß nicht warum. Sehr eigenartig. Aber das ist schon mal eine interessante Feststellung, weil von allem, was ich vorher von Armut Core gesehen habe in den Trailern und so weiter und wahrscheinlich war ich nicht der Einzige. Ich hatte definitiv ein bisschen einen Soulsigen-Vibe. Also es beginnt beim Untertitel des Spiels, Fires of Rubicon. Es geht weiter zu diesen melancholischen, einzeln eingesprochenen Zeilen, die man in den Trailern immer wieder gesehen hat, die genauso gut hätten sein können. Was hatte ich neulich als Witz gesagt? Ah, yes, it's called Armut Core Drone. Also dieses, weil da geht es um Feuer, das noch brennt, und bla und irgendwelche symbolischen, hochtrabenen Sätze. Schon da hätte ich gedacht, Lore und Erzählfokus, dass der ein bisschen da ist, dass du sagst, dass es de facto keine Figuren gibt, die man sieht, keine Menschen gibt, die man sieht, das überrascht mich gar nicht, weil da hat man auch im Vorfeld im Material, hat man nichts davon gesehen. Das sind entweder Stahltrümmerwüsten oder Mechas und dass das dann alles ein bisschen entpersonalisiert ist und du ein bisschen menschlich rausgerückt bist aus der ganzen Sache. Das wundert mich nicht, aber es wundert mich doch schon, dass es erzählerisch mehr so ist. Ja, also das mit dem, okay, dass man keine Menschen sieht oder so, ist das eine, aber auch gar keine große Art von Visualisierung für die Leute, mit denen du redest, weil dieses Entmenschlicht ist ja Teil des Szenarios. Du bist ja irgendwie auch so ein Mensch, aber halt einer, der an dem schon rumgebastelt wurde oder so, der Beschreibung nach. Und das kann man ja aufgreifen, aber naja. Das andere, dieses, was du meinst, dass es sich so ein bisschen soulig anfühlte und hörte, ist, glaube ich, Marketing. Weil wenn du das Spiel startest, die Art und Weise, wie der Titlescreen dargestellt wird, wie du Start drückst und dann öffnet sich so ein sehr minimalistisches Menü, wo erstmal mit dem Online-Server verbunden wird und dann kannst du New Game drücken oder so. Das sieht alles exakt so aus, wie es zuletzt auch in Elden Ring oder Dark Souls aussah. Und ich glaube, das ist dafür da, weil sie ja wissen, viele Leute werden hier Armored Court zum ersten Mal spielen und werden noch gar keine Berührung haben mit der Franchise und kommen von den Souls und Elden Ring und Co. Wir holen die mal hier so rein. Aber so wie du im Spiel drin bist, ist da was komplett anderes. Also wirklich komplett anders. Du hast keine Charakterstellung oder Klassenauswahl oder so. Also mehr so Augenwischerei an der Stelle. Ja. Und der Anfang ist halt noch sehr, da kriegst du ja erstmal in den ersten Missionen Armored Court gestellt, an dem du noch nichts machen kannst und erfährst so ein paar der Basics und hast dann auch direkt einen Bosskampf und bei dem kannst du sehr easy sterben. Ich bin meinem ersten Boss, ohne dass mir irgendwas erklärt wurde von Mechaniken oder zumindest abseits von kurzen Tutorial-Fensern erklärt wurde, bin ich halt direkt irgendwie drei, vier Mal gestorben oder noch öfter, weil ich halt noch nicht wusste, wie man das Spiel spielt und der macht halt schon gut Damage an dir, wenn du nicht aufpasst. Und danach kommst du dann wirklich erst ins Menü, wo dir gesagt wird, okay, hier ist deine Missionsliste, hier ist deine Assembly vom Armored Core, wo du Teile austauschen kannst und hier sind die Tutorial-Missionen. Also du hast wirklich Missionen für das Tutorial, die du auch machen solltest, weil du da auch Sachen freischaltest, die wichtig sind und die dir halt erklären, wie zum Beispiel die verschiedenen Teile deines Armored Core funktionieren, weil es gibt ja so Sachen wie, ne, dein Armored Core ist ja so ein großer Mich und du kannst dem andere Arme, anderen Kopf, andere Waffen, andere Beine ranpappen und allein die Beine sind super wichtig, weil davon die Mobilität abhängt. Du kannst diese Standardbeine dran haben, wo er einfach aussieht, wie du ein Mech, den du dir halt vorstellst und damit ist er halt relativ agil. Du kannst dem aber auch so Panzerketten unten ran machen und dann ist er halt wirklich ein Panzer. Das heißt, er hat nicht mehr ganz die Mobilität, vor allem in der Luft oder sowas, aber du fährst dann halt über den Boden und kannst so rumdriften. Dann bist du so ein driftender Megapanzer und hältst halt deutlich mehr aus. So wie die Pferde in Crimson Desert. So wie die Pferde in Crimson Desert. Und da hältst du halt deutlich mehr aus als mit den zwei Beinen oder sowas. Oder du hast so Sachen wie vierbeinige, fast schon spinnenartige Armored Cores, die du dir bauen kannst. Die haben dann wiederum so eine Hover-Funktion, wo du einmal springst und dann nochmal im Sprung oder im Flug die X-Taste drückst und dann hoverst du in der Luft und kannst dann da so bleiben. Dann draint das zwar die ganze Zeit deine Energieleiste, weil du darauf die ganze Zeit achten musst. Du hast so eine Energieleiste, die sich leert, wenn du Manöver vollführst, vor allem wenn du halt in die Luft schwebst. So wie Stamina so ein bisschen. Wenn du dashst, ja, so muss man sich es ein bisschen vorstellen. Und wenn die leer ist, dann musst du erst mal wieder landen und dann fühlt sie sich aber auch super schnell wieder auf. Trotzdem ist es etwas, auf das du achten musst. Und das wird dir dann da erklärt, aber jetzt nicht auf eine Art und Weise, wo ich sagen würde, okay, danach habe ich total den Durchblick oder sowas. Es sind aber auf jeden Fall Basics, die ich gefühlt gebraucht habe. Und dann gehst du halt in die Mission, hast am Anfang immer so die Auswahl aus zwei, drei Missionen und jetzt, je weiter ich gekommen bin und wie gesagt, erst Kapitel drei, das sind zwar schon mehrere Stunden Spielzeit, aber es fühlt sich immer noch sehr an, wie irgendwie der Anfang oder sowas. Aber es wurde eher linearer. Also jetzt in den letzten Missionen habe ich eher weniger Auswahl bekommen an Missionen, die mir zur Verfügung standen, als mehr. Aber dafür andere Kategorien an Dingen, die ich machen kann. Also zum Beispiel habe ich Arena-Kämpfe freigeschaltet, in denen ich dann gegen einzelne Armored-Cores antreten kann, One-V-One. Und dadurch habe ich als Belohnung dann nicht nur Credits bekommen, die ich ja die ganze Zeit brauche, um mir neue Parts zu kaufen, sondern auch so Betriebssystemen Chips im Wesentlichen, mit denen du dann feste Perks freischalten kannst für deinen Armored-Core, wo du dann halt auch teilweise so Kernsachen freischaltest, wie, dass du aus einem Boost heraus einen Kick machen kannst, dass du frei zielen kannst, weil standardmäßig hast du so ein, du musst schon zielen in die Richtung, in die die Gegner stehen, aber der visiert die dann automatisch an. Und wie gut er sie anvisiert, hängt von einem Teil ab, das in deinem Armored-Core drin ist, das dann wiederum in drei verschiedenen Distanzen die Qualität des Auto-Zielens beeinflusst. Und da musst du aber nicht die ganze Zeit manuell draufhalten, sondern du kannst dich da so mehr oder weniger, es gibt so eine Art Soft-Log-On, wenn die dann schnell um dich herum wuschen, die Gegner, dann ist das wieder gebrochen, dann musst du dich wieder selber umdrehen, aber wenn die nur vor dir so ein bisschen hin und her gehen, dann bleibst du halt dran. Aber du kannst auch manuelles Zielen dann freischalten über diese OS-Upgrades oder halt Defensiv-Boost, Offensiv-Boost oder sowas, wo du dich dann entscheiden musst. Und da gibt es dir dann immer mehr Möglichkeiten, da schaltet es dann immer mehr Sachen frei. Danach kann ich halt in die Arena-Kämpfe gehen, kann in die Missionen gehen oder kann später auch, und das hat halt wirklich ein paar Stunden gedauert, um es freizuschalten, in den Multiplayer gehen. Man kann dann gegen andere Leute kämpfen. Das ist nicht von Anfang an möglich. Da musst du erst mal ein paar Stunden für gespielt haben. Wo es dann sagt, jetzt gibt es übrigens auch Multiplayer. Und ich weiß nicht, was noch freigeschaltet wird. Also ich bin ja erst ein paar Stunden drin. Aber es ist eine interessante Erfahrung bisher gewesen, weil ich habe ja selber Armored Core 1 und Armored Core 4 gespielt für From Software to Souls, damals mein Format 2015 und 2016 bei Hooked. Und Armored Core 4 habe ich, glaube ich, auch wirklich durchgespielt. Armored Core 1 habe ich, glaube ich, fast durchgespielt, also habe wirklich aber Zeit mit diesen alten Spielen verbracht. Und es ist wirklich super ähnlich zu denen. Und ich habe im Wesentlichen auch fast die gleichen Kritikpunkte wie bei diesen Spielen. Okay. Weil so ein richtiges Weltgefühl zum Beispiel gibt es nicht in den Titeln. Dadurch, dass das so kurze, oft ziemlich kurze Missionen sind, die du nur machst und alles so ein bisschen, also nicht so wahnsinnig viel Zusammenhang hat, ist das jetzt nicht ein Spiel, was, glaube ich, zum Ziel hat, oh, ich möchte hier die große Welt aufbauen und will Immersion als mir groß auf die Fahne schreiben. Sondern das Hauptziel ist, glaube ich, einfach nur Cola-Kampf und Ausbau des Armored Cores rumbasteln. Und das steckt hier aber auch dann halt wieder drin. Weil das muss ich wirklich sagen, die Art und Weise, wie sich der Armored Core spielt und wie du hier rumdashen kannst und was du alles für Manöver hast und was der dann für Waffen zur Verfügung stehen, das macht sofort richtig viel Spaß. Das ist richtig gut. Das ist auch nochmal deutlich besser als das, was ich zuletzt in Armored Core 4 gespielt habe. Und 5 habe ich jetzt selber nicht gespielt. Okay. Also es ist interessant, von dem, was du erzählst, es klingt, wenn ich das jetzt so sage, dann klingt das wahrscheinlich wesentlich negativer, als ich das meine oder so. Aber es klingt so, als ob es für From-Software oder für das, was Leute im Kopf haben, wenn sie an ein From-Software-Spiel denken, dass es geradezu ein bisschen gewöhnlich ist. Und zwar so auf so eine Oldschool-Art. Also irgendwie, das ist so. Oh, das ist ja sehr erfrischend, weil im Grunde jemand seit 10 Jahren so ein Spiel nicht mehr machen würde, I guess. Und vor allem nicht From-Software. So klingt es ein bisschen für mich. Eine Sache, die ich jetzt noch nicht, kannst mich korrigieren, wenn ich falsch liege. Eine Sache, die ich jetzt noch nicht rausgehört habe, und das wäre meine nächste Frage. Du hast jetzt Bosse erwähnt. Das Marketing zeigt auch immer Bosse. Wie ist überhaupt die Struktur? Was machst du denn bis dahin? Es ist ja jetzt nicht Shadow of the Colossus. Irgendwas wird ja dazwischen passieren. Nee, genau. Du hast dazwischen halt Missionen, in denen dein Ziel einfach ist, sammle so und so viele Kerne von gefallenen Armored-Cores und besiege dann unterwegs Gegner. Und dann gibt es auch so ein bisschen flexible Missionsziele, wo es dann heißt, okay, du hast hier zehn Minuten, um zum Beispiel diese Kerne zu sammeln. Wenn du mehr Kerne sammelst, kriegst du Bonuszahlung. Je nachdem, wie viele Gegner du unterwegs platt machst, kriegst du auch Bonussammlung. Du musst am Ende aber auch immer bezahlen für die Munition, die du verbrauchst und für den Schaden, den du genommen hast. Also du hast auch immer ein bisschen Minus bei jeder Mission. Aber gehst halt immer mit, also ich bin bisher immer mit Profit aus der Mission rausgegangen. Ich weiß gar nicht, ob man das ins Minus treiben kann. Und ab und zu gibt es auch mal längere Missionen, vor allem die, die dann halt Bossgegner haben, wo es auch Checkpoints gibt. Das gab es früher, soweit ich weiß nicht, weil die Missionen auch alle so kurz waren. Und an diesen Checkpoints, also es gibt einerseits Checkpoints, die funktionieren wirklich so, wenn du stirbst, lädst du dort wieder. Und manchmal gibt es auch welche, die dir so einen Supply-Drop geben, wo du einmal dein Leben wieder auffüllst, deine drei quasi Repair-Kits wieder auffüllst, weil du dreimal heilen kannst und deine Munition wieder auffüllst. Und das ist relevant. Also denkt jetzt nicht, ich habe jetzt hier mein Maschinengewehr und ich kann damit ewig ballern. Nee, Munitionsmangel ist ein akutes Problem, das ich an mehreren Stellen im Spiel hatte. Und das ist halt das Ding. Du hast diese Missionen, die halt mal mehr und mal weniger gewöhnlich sind. Also immer mal wieder ist es wirklich einfach nur, mach jetzt halt ein paar Sachen kaputt und nach originalner Minute bist du fertig und das war dann die Mission. Und die bleibt dann logischerweise nicht groß im Kopf. Aber ich war auch schon auf so großen, riesigen mechanischen Strukturen unterwegs, die durch die Gegend gelaufen sind. Das machst du ganz am Anfang zum Beispiel. Da machst du so ein Bein kaputt von so einem mechanischen Riesen. Und das geht dann so ein bisschen, stürzt das nach unten, sodass du dann da hochklettern kannst. Und das ist wirklich riesig. Aber du kannst ja auch weit fliegen mit deinem Armutkorb. Ist das Nier Automata? Das klingt so. Ja, und da musst du oben so eine riesige Laserkanone platt machen, die aber auch halt auf dich schießt und der du ausweichen musst. Klingt immer noch wie Nier Automata. Und wenn das explodiert, musst du rechtzeitig runter von dem Ding und siehst dann halt in der Distanz diese gigantische Explosion. Wo ich auch übrigens sagen muss, das Spiel sieht echt gut aus. Also es ist jetzt nicht ein Next-Gen-Showpiece oder sowas, aber die Explosionen haben richtig Schmackes. Also es sieht richtig toll aus. Ist das lineares Level-Design? Sind das Schläuche? Ist das mehr offen? Wie stelle ich mir das vor? Und vor allem, was mich auch interessiert, ist die Vertikalität. Weil du kannst ja quasi fliegen oder so ein bisschen habbern oder sonst irgendwas. Und im Promomaterial vorher hat man direkt Szenen gesehen, wo du de facto eigentlich fliegst, wo du fast schon so eine Mäsche... Deswegen, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie so ein Level aussieht in Armutkorb jetzt, so wie du es erzählst. Es ist auch unterschiedlich. Manchmal hast du wirklich so eine weite Fläche vor dir mit irgendwie einer halb kaputten Stadt in der Distanz und dann sollst du in diese Stadt fliegen und da halt deine Missionen machen. Und da kannst du relativ frei hin und her. Aber ich hab halt mal probiert, so ein bisschen zu erkunden. Und wenn du dann halt irgendwie ein paar Sekunden in Richtung X fliegst, dann kommt so ein rotes Absperrband, wo dir dann gesagt wird, hier geht's nicht weiter. Das ist auch manchmal doof, weil gleich der erste Boss zum Beispiel, der kann, das war so eine Art Helikopter, der kann über diese Grenze hinausfliegen und dann kannst du aber nicht mehr an ihn ran. Und du hast ja zum Beispiel am Anfang direkt geslottet so eine Nahkampfwaffe, wo du so ein Schwert hast, so ein Plasmaschwert. Und dann kannst du da einfach nicht mehr an ihn ran. Das fand ich ein bisschen seltsam. Ist mir danach aber nicht nochmal passiert, war dann also nicht nochmal ein großes Problem. Genau. Und dann hast du halt aber auch Levels, wo es mal sehr viel enger wird, wenn du dann irgendwo innen drin unterwegs bist und dann hast du wirklich so Tunnel oder sowas, durch die du gehst und hast dann diese Nahkampfgefechte im Wesentlichen, für die du dich auch richtig ausrüsten kannst, weil es gibt ja quasi Shotguns. Also du bist zwar ein riesiger Mech, aber dieser Mech hat ja Hände und in diesen Händen hält er Waffen. Und das sind im Wesentlichen Handfeuerpistolen, Gewehre, Schrotflinten, nur halt alles in riesig. Aber auch Grenade-Launcher, so einen Flammenwerfer gibst. Es gibt einen Handraketenwerfer, wo du wirklich so mehrere Rockets aus so einer Batterie schießt, die du aber in der Hand hältst. Und dann hast du ja noch Schulterslots, an denen du dann auch Waffen dran haben kannst. Erst nur wirklich Waffen, die ausschließlich für Schulterslots gebaut wurden. Später kannst du noch freischalten über so einen OS-Upgrade, dass du auch reguläre Handfeuerwaffen dort packen kannst. Dann ist das quasi wie so ein Holster. Wenn du dann auf die Schulterwaffentaste drückst, wechselst du die Waffe hin zu einem anderen. Also er greift dann zur Schulter und holt sich was anderes raus. Was halt nützlich ist, wenn dir die Munition zum Beispiel ausgeht. Oder Plasmawerfer oder sonst irgendwas. Also es gibt ziemlich viel Stuff, den du dir da ranslotten kannst. Und das ist auch richtig relevant. Weil in den normalen Missionen ist alles eigentlich noch recht easy peasy. Da kommst du ganz gut klar. Gegen die regulären Gegner hatte ich nicht so große Probleme. Bei den Bossen, alter Leo, das haben sie von ihren anderen Spielen übernommen. Sie haben sich einfach gedacht, was ist denn, wenn wir ein Spiel einfach scheiße schwer machen? Aha, aha. Oh ja, lass mal machen. Okay. Weil holy shit, ich habe halt gestern am Boss vom, war es vom ersten oder zweiten Kapitel? Ich habe auf jeden Fall an zwei Bossen. Das eine war so eine große Spinne. Das andere war ein Viech, das so Flammen verschossen hat, in so einer Industriehalle. Und das erste, an dem ich hing, war ein feindlicher Armutkorps, der so richtige Bullet-Hell-Raketenschwärme auf mich geschossen hat. Okay. Und aber auch in den Nahkampf rankam mit so einer Feuerklinge oder was auch immer der da hatte. Und der hat mich so platt gemacht. Also wirklich, ich saß eine Stunde oder so an dem einen Bosskampf. Und du kannst dann, wenn du kaputt gehst, hast du halt den Checkpoint direkt vor dem Bosskampf. Also es ist jetzt nicht so, dass du einen Bossrun hast oder sowas. Und wenn du kaputt gehst, kannst du danach sagen, bevor du den Checkpoint lädst, ich gehe nochmal in den Baukasten rein. Ah, das ist gut. Und kann nochmal Anpassungen machen. Ein Glück. Du kannst nicht in den Shop rein. Also du musst die Sachen dann schon haben. Aber dadurch wirst du zumindest motiviert, mehrere Sachen zu besitzen, mit denen du dich vielleicht so ein bisschen anpassen kannst. Dass du nicht nur Kinetic Weapons dabei hast, sondern auch ein paar Plasma-Waffen oder sowas. Und dann kannst du dich nochmal anpassen, wenn du dann merkst, okay, damit wird es gerade nichts. Also bist du angehalten, dir im Laufe der Zeit ein flexibles Arsenal zusammenzustellen, damit du im Falle des Falles nochmal umrüsten kannst, wenn du wirklich festhängst? Es ist auch so wie in den früheren Spielen, dass du, wenn du etwas wieder verkaufst, du, ich weiß nicht, ob es eins zu eins ist, aber du kriegst fast das gesamte Geld wieder zurück. Ich glaube, du kriegst das gesamte Geld wieder zurück, weil sowas früher auf jeden Fall. Also gibt es keine oder eine sehr geringe Hürde, rumzuprobieren? Genau. Es will aktiv, dass du experimentierst. Es will dich aktiv dazu motivieren, zu sagen, okay, ich bastle einfach mal rum. Ich probiere mich mal ein bisschen aus. Und habe ich dann auch gemacht, ich habe ja dann zwischendrin mal mir so ein Panzer gebaut, mit dem ich am Anfang in den normalen Missionen supergut klarkam und bei einem Boss halt gar nicht mehr, weil ich gefühlt keine Mobilität mehr hatte, die mir sehr fehlte. Und habe dann wieder umgeslottet zu einem etwas ausgeglicheneren Modell, mit dem ich dann besser klarkam. Aber dann bin ich wieder an einen Boss gekommen, wo ich gemerkt habe, oh krass, hier brauche ich Plasma-Waffen, weil der hat einen Schild, mit dem, durch das du durchkommst, mit Plasma geschossen. Und dann musst du halt das dabei haben. Und ich glaube, wenn du es nicht dabei hast, kannst du dich hier sehr easy in fast Sackgassen rein manövrieren, weil du dann quasi nochmal raus musst aus der Mission und sagen musst, okay, ich hole mir jetzt erstmal den passenden Stuff. Und das ist ja auch ein Frustpotenzial. Und genau das habe ich bei Armut Koffi ja auch gesagt. Du weißt ja erst, was du brauchst, wenn du in der Mission bereits daran scheiterst. Ja, das ist natürlich ärgerlich, denn an der Stelle klingt es ein bisschen so, als ob es vielleicht ein bisschen zu oldschool wollte, also zu sehr sich auf alte, ich sage jetzt mal Tugenden, also alte Eigenschaften der Reihe besinnen wollte. Ja. Bei einerseits finde ich das sehr gut. Ich finde es gut, wenn eine Neuinterpretation oder eine zeitlich mit großem Abstand gemachte Fortsetzung sich auf alte, ja eben Tugenden besinnt. Aber wenn es dann, man muss dann halt gucken, wo kann man vielleicht doch was anpassen, wo kann man vielleicht doch fett wegtrimmen oder in diesem Fall wäre vielleicht eine behutsame Anpassung nochmal besser gewesen, dass der Shop vielleicht doch verfügbar, ist zusammen mit dem Boss? Ja, genau. Also ich finde, es ist ein zweiständiges Schwert, weil einerseits sind die Bossgegner richtig cool und deutlich involvierter als das, was ich aus den früheren Armored Core-Teilen kenne. Also so eine Art von Begegnung ist, kann ich mich nicht daran erinnern, dass es das früher gab in den Armored Core-Spielen, die ich gespielt habe. Da scheinen sie wirklich eher das zu nehmen, was sie aus den Soulsborne-Titeln kennen, auch mit Phasen. Dass man Boss auf einer bestimmten Lebenspunkteanzahl ankommt und dann macht er plötzlich was anderes. Und das haut dann richtig rein. Und ich finde auch nicht schlimm, dass man da jetzt ein paar Mal dran scheitert und dann nochmal probiert. Ich finde aber, die Art und Weise, wie der Schwierigkeitsgrad hier gehandhabt wird, nämlich, dass es einfach mega die krassen Spitzen sind, das fühlt sich sehr ungeschickt an. Und du hast halt, das ist ja ein Vorwurf, dem auch Elden Ring und die Souls-Spiele sich immer wieder ausgesetzt sehen, aber ich finde, gerade in den Spielen ist der Schwierigkeitsgrad eigentlich relativ flexibel. Weil du kannst ja einerseits sagen, ich grinde jetzt ein bisschen, du kannst sagen, ich beschwöre mir jetzt jemanden, sei es einen NPC oder einen anderen Spieler oder eine Spielerin dazu oder sonst was. Du hast Möglichkeiten, dir das Spiel einfacher zu machen. Traditionelle Schwierigkeitsgrade werden immer noch eine Option, die ich jetzt nicht schlimm fänden würde in diesen Spielen, aber es gibt zumindest einen dynamischen Schwierigkeitsgrad. Sekiro hatte das dann schon nicht mehr so richtig oder da wurde dieser Multiplayer erst später gepatcht, ich weiß immer noch nicht so richtig, wie der funktioniert. Ein Armored Core hat das gar nicht. Also, wenn du ein Armored Core feststeckst, dann steckst du auch wirklich fest. Dann musst du was ändern an deiner Taktik oder deinem Armored Core und die Härte, die dir hier teilweise entgegenschlägt, ist halt wirklich krass. Und dadurch, dass das so eine Missionsstruktur hat und so ein sehr klares, klassisches Spieldesign, hätten hier traditionelle Schwierigkeitsgrade, glaube ich, voll geholfen, einfach zu sagen, stell's halt auch einfach, alles macht 20 Prozent weniger Damage oder so. Also warum nicht, was wäre daran so schlimm gewesen? Und Zugänglichkeitsoptionen oder sowas gibt's auch so gut wie keine. Also da ist das Spiel, da hink's, finde ich, hinterher. Ich finde, das sind Sachen, die sollten drin sein in so einem Spiel. Ihr solltet zumindest vorher informiert sein, dass es das nicht gibt. Also wenn ihr dann an so eine Stelle kommt, dann wird's auch richtig hart und frustrierend. Und es war auch frustrierend für mich. Also ich war dann schon an Stellen bei diesen Bossgegnern, wo ich gesagt hab, boah, da hab ich eigentlich gar keinen Bock drauf gerade. Dieses, mich so zu zerbeißen an diesen, an diesen Gegnern. Ich hab dann alles geschafft mit Anpassung und dann auch ein bisschen Glück, weil dem Feuer, der Gegner auszuweichen, ist ja auch nicht immer so einfach. Bestimmte Sachen werden dir telegraphed. Wenn der Gegner irgendwie eine Rakete auf dich schießt, dann kommt so ein kurzes Piepen davor und dann weißt du, okay, jetzt muss ich ausweichen. Aber wenn so ein Schwarm an Schüssen auf dich zukommt, den komplett auszuweichen, dass du gar keinen Schaden nimmst, ist richtig schwierig, weil die auch nicht so angekündigt werden. Und du musst ja auf mehrere Sachen gleichzeitig, du musst ja darauf achten, dass du mit deinen Waffen einerseits aufs Reloading musst du achten, damit du nicht in so eine Situation kommst, wo du gerade reloadest, obwohl du Schaden hättest machen können, weil das Schild unten ist vom Gegner. Bei Plasmawaffen musst du aufs Überhitzen achten, gleichzeitig musst du aber auch auf dein Leben achten und darauf, dass du dann im rechtzeitigen Moment Repair-Kits benutzt, die du aber nicht benutzen kannst, wenn du gestaggert wirst, weil du hast auch noch eine Stagger-Leiste und die Gegner haben auch eine Stagger-Leiste. Das heißt, wenn du eine gewisse Anzahl an Schaden nimmst, wirst du quasi gestunt und dann stehst du da für nur eine Sekunde oder sowas, aber wenn du währenddessen getroffen wirst, macht das so viel Damage und während du gestunt bist, kannst du dich nicht heilen. Das heißt, du drückst dann, hämmerst dann auf die Heiltaste und es funktioniert einfach nicht. Und ja, da ist quasi unglaublich viel Frustpotenzial verbaut in diesem Spiel. Klingt so, ja. Aber ich muss noch mal betonen, wirklich, wie gut es sich anfühlt. Also dieses Rumdashen und die Vielfalt der Mobilität und der Waffenkombination ist halt richtig, richtig cool. Das ist halt auch dieser, gestern hat im Stream, in meinem Stream, jemand gesagt, du solltest Amor Core 6 spielen, das ist ein richtiges Leo-Spiel. Und als jemand, der mich ja jetzt auch schon ein paar Jährchen kennt, wollte ich dich fragen, was du von dieser Einschätzung hast. Einerseits für mich, bei Action-Spielen ist für mich das Minute-to-Minute-Gameplay halt der King, wenn es darum geht, ob ich am Ball bleibe oder nicht, ob wie viel Freude ich habe und so weiter und so was. Auf der anderen Seite bin ich jemand, der beim Spielen ganz gerne gut frustriert ist und der dann zu Hause sein gesamtes Mobiliator kloppt oder irgend so was. Und deswegen, weil es klingt, einerseits klingt es reizvoll, was du schreibst, was du sagst, dieses Customizing, das Waffengefühl, die Kämpfe, die Mobilität, bla bla. Und du hast ja auch lobende Worte für die Boss-Designs und so weiter. Aber auf der anderen Seite klingt es halt auch so, als ob es an den richtigen Stellen dann so Schmerzpunkte gibt. Wo du wirklich denkst, das kann einem schon sehr, sehr, sehr die Grütze verhageln. Also ich würde mich als relativ, relativ frustresistent bezeichnen. Also bei mir dauert es eine Weile, bis ich an einen Punkt komme, wo ich sage, das ist jetzt scheiße. Und an dem Punkt bin ich angekommen bei Armored Core, bei zwei Bossen zumindest. Und wo ich mir dachte, okay, das ist für die Stelle, bei der ich gerade bin im Spiel, ist das einfach zu hart, finde ich. Das ist nicht gut ausbalanciert und da entsteht kein guter Flow und ich finde dann das auch nicht, also ich habe nicht, ab einem bestimmten Punkt habe ich quasi nicht mehr diesen Moment von wegen, ja, ich habe es geschafft, oh, ist das befriedigend, sondern es ist eher so ein, endlich kann ich weitermachen. Meine Standard-Souls-Erfahrung, ja. Ja, und deswegen glaube ich, wird es dir dann nur potenziert noch mehr so gehen, aber wie gesagt, du wirst ja belohnt vom Spiel, ne, also du kriegst ja ein cooles Zeug und dein Experimentieren wird vor allem belohnt. Es kann ja sehr gut sein, dass es dann Builds gibt, mit denen du die Probleme gar nicht hast, weil du so flexibel bist und so einen guten Armored Core hast oder so. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich eine unglaubliche Flut an Teilen habe, die ich mir kaufen kann im Shop momentan. Also, dass die Möglichkeiten sind schon noch beschränkt. Sie sind jetzt nicht überwältigend und es gibt auch nicht dieses klare Ding von wegen, okay, Teil X ist einfach deutlich besser als Teil Y, sondern sie haben halt ihre Vor- und Nachteile. Wenn ein Teil dafür sorgt, dass du mehr AP hast, also mehr Health, dann hat es als Nachteil, dass du dadurch schwerer wirst und halt langsamer und weniger flexibel. Und diese Art von Entscheidung musst du halt die ganze Zeit treffen. Aber das sind halt interessante Charakterbauentscheidung. Das macht ja Spaß. Aber es ist jetzt nicht so, dass du so eine deutliche Progression hast, wo du sagst, okay, hier wird alles die ganze Zeit besser. Und das muss man halt im Hinterkopf behalten. Und bei mir hat es dann gedauert und ich bin dann wirklich an einen Punkt gekommen, wo ich einen ausgeglichenen Armored Core habe, bei dem ich weiß, okay, wenn der Gen jetzt ankommt mit einem Energieschild, switche ich auf meine Plasma-Waffe und kann den dann damit angreifen. Wenn ich das Energieschild unten habe, habe ich meinen riesigen Grenade-Launcher, der zwar eine Sekunde braucht, bis er wirklich schießt, aber dann halt auch wirklich Damage macht und richtig reinhaut. Und das ist halt schon krass. Aber ich bin auch schon in Kämpfe gekommen gegen diese Bosse, die ich vorhin geschrieben habe, wo mir halt die Munition ausgeht mit meinen Waffen, wo ich dann irgendwie von zwei von meinen vier Waffen keine Munition mehr habe. Und wenn du dann die Taste drückst, auf der diese Waffen liegen, dann macht er halt so einen Punch, der halt nach nichts aussieht. Ja, und das ist dann schon krass. Und da gibt es ja nicht, es gibt ja keine Ammo-Drops, die du aufsammeln kannst oder sowas. Es ist schon sehr eigen. Also es ist ein sehr eigenes Spiel im Sinne von, es ist halt ein Ammo-Core. Und die haben halt eigentlich eine super fokussierte, eingeschränkte Zielgruppe, die jetzt, glaube ich, schon nochmal sehr erweitert wird. Weil ich glaube, viele Leute wissen richtig zu schätzen, wie sehr man sich ja austoben kann und wie gut sich das alles anfühlt. Und vielleicht auch den Multiplayer, den ich noch nicht ausprobiert habe. und das Customizing halt auch über die Teile hinaus, weil du kannst ja die Farben anpassen, du kannst ja so Embleme bauen, die du dann auf deinen Ammo-Core raufflanscht. Und da gibt es schon alles mögliche online. Ja. Weil du kannst das dann auch, du kannst da so Codes draus machen, die du dann mit anderen Leuten teilen kannst, dass du deine Designs teilen kannst, was halt super cute ist. Aber ich habe mir jetzt erstmal nur so simple Sachen gebaut. Es gibt so ein Hühnchen-Emblem, das habe ich vor einer Explosion gestellt und das ist momentan das Zeichen meines Ammo-Core. Warum nicht? Nein, Explosionshühnchen. I get it. That's very, very cool. Klingt zwar nach einer bisschen durchwachsenen, von der Tendenz her, aber doch positiven Einschätzung von Ammo-Core. Du scheinst es cool zu finden, mit so einem gewissen Aber an manchen Stellen hätte. Ja, genau. Also vor allem dieses Balancing und Schwierigkeitsgrad, auch wenn es immer ein leidiges Thema ist, weil da sehr schnell die Gatekeeper rauskommen, die sagen, das muss so. Das ist die Vision des Künstlers. Und ja, mag ja sein, aber darf ich trotzdem doof finden und mir Besseres wünschen. Aber das Kernspiel, was wir hier haben, ist einerseits ein richtiges Ammo-Core und hat eins, das richtig Spaß macht und mir auch deutlich mehr Spaß macht als Ammo-Core 4 zuletzt. Ich weiß nicht, wie Ammo-Core 5 war, von dem, was ich gelesen habe, nicht so wahnsinnig beliebt. Ammo-Core 2 ist ja, glaube ich, von allen so der Lieblingsteil. Den habe ich jetzt leider nicht gespielt. Aber ja, ein bisschen mehr Missionsvielfalt vielleicht noch. Vielleicht kommt das aber auch noch. Da will ich halt noch nicht zu sehr urteilen. Weil ich bin ja jetzt nicht fertig mit dem Spiel und es gibt ja noch ein New Game Plus und so ein Kram und wer weiß, was da noch alles kommt. Also da bin ich schon interessiert dran. Aber ich weiß halt zum Beispiel in Ammo-Core 1, wo das auch in Sachen Szenarien halt richtig wählt. Da bist du ja dann mittendrin in einem Kingsfield-Dungeon gewesen oder in so einer Art Unterwasserstation oder so. Da haben sie ja wirklich ganz tief in die Kiste gegriffen. und ich frage mich, ob Ammo-Core 6 das auch machen wird. Weiß ich nicht. Muss es jetzt auch nicht, weil das, was es bisher macht, gefällt mir ja durchaus. Aber ja, habt einfach im Hinterkopf, dass es ein sehr schweres Spiel ist. Mhm. Okay. Dann soll es das doch erstmal gewesen sein zu Ammo-Core 6 Fires of Rubicon und wir kommen noch einmal zu Baldur's Gate 3. Das hast du nämlich jetzt auch gespielt in den letzten Wochen. Wir haben ja hier bei Hooked auch schon drüber geredet, aber es waren immer nur so Ersteindrücke. Ist immer noch bei mir ein Ersteindruck. Ist bei dir auch ein Ersteindruck? Ja, also du sagst die letzten Wochen. Ich bin, meine Charaktere sind auf Level 4, ich bin im ersten Kapitel. Okay, okay. Ja, gut, ich wusste jetzt nicht, seit wann du genau spielst, aber ich weiß, dass du halt bei der Level 3 spielst. Aber ich wollte gerne deinen Eindruck dann hier auch noch mit reinholen, weil wir haben uns außerhalb des Podcasts und vor den Streams und sowas auch schon ein bisschen unterhalten und haben beide festgestellt, dass wir das Spiel ja sehr mögen. Aber auch so unsere Problemchen hatten, an gewisse Stellen so reinzukommen, vor allem im Kampfsystem. Ja, ja, Ballers Gate 3. Es ist halt, es ist unleugbar klasse. Und das, und dann gibt es aber eben diesen Moment, wo du dir denkst, so irgendwie, also bei mir ist es so, die meisten Leute werden es wahrscheinlich wissen, wenn sie mir schon mal länger als fünf Minuten zugehört haben. Ich bin unverschämt großer Fan von Divinity Original Sin und vor allem DOS 2. Was ein Spiel ist, das man, glaube ich, also ich glaube nicht, dass man Ballers Gate 3 erklären, bewerten oder wirklich verstehen kann, ohne DOS 2 auf dem Schirm zu haben. Weil das ist, finde ich, der notwendige Zwischenschritt. Ich sehe nicht, also es gibt so viele Parallelen zwischen den beiden Spielen und so viel, was Larian als Vorarbeit bei DOS 2 hatte. Und ich also mit diesem Mindset in Ballers Gate 3 reingekommen und spiele das und denke mir die ganze Zeit so, das ist alles echt cool. Aber warum spiele ich nicht DOS 2? Es passieren hier mehrere Sachen. Und fast alle oder sehr viele davon haben mit dem Dungeons & Dragons Ruleset zu tun. Es ist Dungeons & Dragons 5th Edition, wie schon viele, viele andere Spiele davor. Und ich hatte sofort so ein, als ich es gespielt habe und die ersten paar Stunden drin hatte, ich hatte sofort ein Throwback an Spiele wie die alten Baldur's Gate, an Neverwinter Nights, an Icewind Dale oder was weiß ich nicht. Also all diese Spiele, die Dungeons & Dragons Regeln benutzen. Und bei all diesen Spielen dachte ich mir immer, das fühlt sich nicht an, als ob es ein gutes Regelset ist für ein Computerspiel. Und das ist eine Sache, die, ich glaube, dir ähnlich geht. Und interessanterweise eine Perspektive ohne, ich will jetzt nicht zu viel für ihn sprechen, aber Dobbsi hat auch nochmal eine ähnliche Perspektive. Und bei uns allen dreien ist es so, dass halt am Anfang ein Knoten da ist in Baldur's Gate. Und die Frage ist, platzt der irgendwann? Ich kann jetzt sagen, in den letzten Tagen, also wirklich vor nicht mal einer Woche, ist bei mir der Knoten geplatzt und ich bin jetzt richtig drin. Wenn ich jetzt Baldur's Gate spiele, dann kann ich stundenlang da drin spielen und habe Freude. Das war vorher aber ganz eindeutig nicht so. Bei Dobbsi ist es tatsächlich auch so. Bei dem ist der Knoten sogar so gut geplatzt, dass er sagte, ja, Amort Kor, was er eigentlich spielen wollte, steht jetzt hinten an, weil er ist jetzt gerade so in Baldur's Gate drin, dass er das spielen möchte. Bei dir ist es, glaube ich, noch nicht passiert. Oder es ist halt auch die Frage, ob es überhaupt passiert. Aber ich glaube, bei dir ist immer noch eine Blockade da. Genau, ja. Also was vor allem oder sich ausschließlich bisher aufs Kampfsystem bezieht, dass ich halt in die Kämpfe nicht so ganz reinkomme und da schon viele, viele Frustmomente hatte im Spiel, wo ich in Kämpfen überwältigt wurde, wo ich nichts treffe mit meinen Charakteren und auch offensichtlich dann auch selber schon das Gefühl habe, ich habe die Systeme nicht verinnerlicht. Ich weiß noch nicht so 100 Prozent, wie es funktioniert. Und die Art und Weise, wie das Spiel sich selber beibringt, nämlich fast gar nicht, ausschließlich über so kleine Tutorial-Fenster, die sich ab und zu mal öffnen, hilft dann halt auch nicht richtig. Und du bist ja auch schon bei der Charaktererstellung so ein bisschen alleingelassen, wo ich auch nicht wusste, mache ich das hier überhaupt richtig? Keine Ahnung. Weil ich halt nicht komplett drinstecke in Dungeons & Dragons. Und das ging mir ja damals auch so. Ich habe ja ganz früher diese C-RPGs von Baldur's Gate und Co. gar nicht gespielt, weil ich die von außen immer eher so öde fand. Und dann erst vor etlichen Jahren mal dann nachgeholt und dann auch so ein bisschen reingekommen und gemerkt, ja, okay, jetzt verstehe ich es langsam. Auch wenn ich sie immer noch nicht geliebt habe, vor allem nicht für ihre Kampfsysteme, sondern immer eher gespielt für ihre Storys und ihre Szenarien. Und die hat den Rollenspielanteil. Und hier geht es mir jetzt halt genauso, wo du mir auch schon ein paar Videos verlinkt hast von Leuten, die das mal erklärt haben. Und die habe ich mir auch schon angeguckt und gedacht, okay, genau diese Information habe ich gebraucht, so nach dem Motto. Also das hilft mir dann einfach. Wäre schön, das im Spiel gehabt zu haben. Vor allem auch so konzise im Spiel erklärt zu haben, das fehlt dem so ein bisschen, weil ich dann viel besser das Gefühl habe, zu wissen, ah, okay, ich weiß jetzt, wo ich hin muss mit meinen Fernkämpfern, wie genau ich mit den Zaubern agieren soll, was ich wie slotten soll, wie genau Reihenfolge im Kampf funktioniert und so ein Kram. Das hilft dann schon sehr. Aber ich habe es jetzt danach durch andere Spieler einfach, die momentan da sind, noch nicht wirklich weitergespielt und überlege, ob ich dann einfach vielleicht mit der PS5-Version nochmal neu probiere oder einfach später nochmal weitermache. Weil dieser Knoten muss noch platzen. Aber ich glaube, ich habe jetzt ein viel besseres, also ich glaube, ich habe jetzt so langsam die Werkzeuge an der Hand, mit denen ich dann im Spiel auch wirklich umgehen kann, auch im Kampf. Bei mir ist es tatsächlich so, dass, es war so, ich habe meinen ersten Run gestartet, habe mehrere Stunden gespielt und so weiter und so fort und es war schleppend und es war jedes Mal so, ich hatte es installiert und ich hatte nicht mal jeden Tag irgendwie Bedürfnis zu spielen oder sonst irgendwas und dann dachte ich mir, ah, du hast es installiert, du willst eigentlich mitreden, du willst spätestens am Ende des Jahres, wenn es zu den besten Listen geht oder so, möchtest du was dazu sagen können? Mach mal. Ich starte keine neue Runde Bloons Tower Defense, sondern starte jetzt wirklich mal Ballersgate und mach das. und es hat nicht so gut funktioniert und dann habe ich mir auch, ich habe mir ja externe YouTube-Videos angeguckt, noch und nöcher, grundlegende Systeme, Kampfsysteme, Skillsysteme, Klassensysteme, wie funktioniert die Charakterentwicklung, wie funktioniert dies, wie funktioniert das und mit diesem Wissen habe ich jetzt tatsächlich einen zweiten Run gestartet. Ich habe einfach meinen alten Run komplett abgebrochen und habe gesagt, ich starte nochmal neu und so ganz kleine Sachen liefen von Anfang an deutlich besser. Dieser Wust an kleinen Icons unten am Bildschirm, bei denen ich vorher einen Dreck verstanden habe, was zur Hölle ist eine Action, was ist eine Bonus-Action, was ist und so weiter und so fort. Plötzlich so, oh ja, stimmt, ich kann die, ich sehe hier in den Tooltips jetzt besser, was los ist, ich kann die besser für mich anordnen, du kannst es ja relativ frei anordnen und ich habe sofort eine bessere Übersicht. Ich habe eine andere Klasse für meinen Hauptcharakter gewählt, weil ich habe am Anfang, ich tendiere dazu Nahkämpfer zu spielen und ich mag so einfach Sword and Board, Fighter, also habe ich einen Fighter genommen. Die Sache ist die, Fighter sind eine tolle Klasse, aber ich habe ausgerechnet die Variante genommen, die das Passivste ist, was man so spielen kann, nämlich einen Fighter, der ein Champion ist, was bedeutet, dass der bis Level 4, glaube ich, hat der einen einzigen aktiven Skill und ansonsten macht der halt wirklich nur rangehend zuhauen. Was okay ist und wie gesagt, der wird cooler und so weiter und sofort im Laufe der Zeit und der ist auch effektiv, aber ich habe stattdessen jetzt neu gerollt, habe einen Mönch gerollt, der auch ein Nahkämpfer ist, aber der wesentlich aktiver in den Kämpfen agieren kann und der mehr Tricks hat einfach, wo es sich ein bisschen aktiver anfühlt. Habe die anderen Klassen besser verstanden, meine Companions, die ich mit dabei habe und so und jetzt plötzlich war ein Flow da. Plötzlich habe ich nicht mehr bei jedem Kampf, der startete, mit den Augen gerollt und gedacht, oh nee, nicht ein Kampf, sondern jetzt stattdessen, oh ja, okay, ich weiß ungefähr, was der Plan ist. Ich habe folgende Möglichkeit, der steht da, der steht da, okay, also meine Barbaren macht jetzt folgendes, mein Zauberer macht das und dann plötzlich entstand ein Flow. Es ist trotzdem immer noch das, was du unter anderem in unseren Gesprächen auch mal bemerkt hast, jeder Kampf ist immer noch eine Zeitinvestition, weil alles dauert, es ist halt rundenbasiert und es ist halt immer noch fucking Dungeons & Dragons, Baldur's Gate, aber es ist nicht mehr, es entsteht Spaß, es ist nicht mehr eine Chore, es ist nicht mehr etwas, was du abzuarbeiten hast, sondern es ist wirklich dieses, oh ja, cool, ich hatte beim letzten Level ab doch den und den Skill gelernt, da bin ich mal gespannt, wie ich den jetzt einbringen kann und dann, oh, der Gegner steht vor einem Abgrund, mal gucken, ob ich den mit Push schaffe und so. Das ist die eine Sache, die passiert ist, damit mein Knoten geplatzt ist und die andere Sache ist, dass ich ein kleines bisschen mein Mindset angepasst habe, weil Dungeons & Dragons ist ein System, in dem unheimlich oft verfehlt wird, sowohl in Kämpfen als auch außerhalb von Kämpfen, aber in Kämpfen ist es halt, es ist so unheimlich viel Miss, 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 weil Defensive ein ganz großer Teil, zu einem ganz großen Teil in Dungeons & Dragons darauf ausgelegt ist, dass du einfach die Chancen erhöhst, dass du verfehlt wirst. Es gibt relativ wenig so Damage Mitigation, wo einfach gesagt wird, also keine Ahnung, in anderen Rollenspielen ziehst du dir eine Rüstung an und du wirst geschlagen und du nimmst 70% weniger Schaden. Hier ziehst du dir eine Rüstung an und du erhöhst deine Chance, dass du nicht getroffen wirst. Und das ist, und das funktioniert aber auch andersrum, das funktioniert auch, wenn es um dich geht und die Gegner. Und ich hatte ganz lange in meinem Kopf so dieses, ich habe verfehlt, also habe ich was Falsches gemacht, ich habe eine taktische falsche Entscheidung getroffen oder so, aber es ist einfach Teil des Spiels, du musst halt einfach damit klarkommen, dass du nicht jedes Mal triffst und wenn du jedes Mal treffen würdest, wirst du komplett overpowered. Und so eine Sache. Also es ist ein bisschen komisch, es erfordert, und das ist, was ich meine mit, es fühlt sich nicht an, als ob es für ein Computerspiel gedacht ist, es fühlt sich an, als ob es für ein Pen-and-Paper-Spiel gemacht ist, was es ist. Und die, nicht Kehrseite, sondern eine Sache, die das spiegelt, ist Scheitern außerhalb von Kämpfen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Erfahrungen du damit gemacht hast, aber Ballersgate steckt bis Oberkante-Unterlippe voll mit Skill-Checks. Ja. Alle Nasen. Meistens im Dialogen, manchmal woanders. So. Und das ist, das ist eine Sache, die Dobbsi jetzt geschrieben hat, auch nachdem der Knoten bei ihm geplatzt ist und sowas, denn auch er teilt die Meinung, das ist, Dungeons & Dragons ist nicht gut geeignet für Computerspiele. Du hast halt einen Skill-Check und wenn der versagt, fühlt es sich, also wenn du da falsch, in Anführungszeichen, wenn du da so rollst, dass es nicht klappt, das fühlt sich nicht gut an. Es fühlt sich nicht an, als ob du Player-Agency hast und es gibt keine Möglichkeit, das zu relativieren oder sonst irgendwas. Das ist etwas, was andere Spiele besser machen. Disco Elysium ist ein gutes Beispiel, wo du, du hast zwar kritische Roles, wenn du die verfehlst, dann sind sie für immer weg. Das ist aber auch ganz viele, die, wo du dran scheiterst und wo du sagen kannst, okay, wenn du später einen Punkt wieder investierst in den dementsprechenden Skill, dann kannst du diesen Check einfach nochmal probieren und kannst es da versuchen. Und die Kombination aus beiden, einerseits kritische, storyrelevante Checks, die halt mal gut laufen, mal schlecht und so die Story für dich formen und dann das Optionalzeug, wo du selbst Player Agency hast und bestimmen kannst, was willst du da nochmal versuchen, was willst du nochmal probieren und so. In Verbindung damit, dass Fails in Disco Elysium fast immer genauso unterhaltsam sind und manchmal auch genauso nützlich sind wie Successes, sorgt dafür, dass in Disco Elysium das nicht frustriert. Was gut ist, weil Disco Elysium besteht im Wesentlichen nur aus Skill Checks und kein bisschen aus Kämpfen. Hier ist es halt so, es gibt so ein Screenshot ganz am Anfang des Spiels, ganz, ganz am Anfang, noch bevor das Tutorial Level vorbei ist. Hast du halt einen Skill Check, wo es darum geht, eine deiner zukünftigen Begleiterinnen aus einem Gefängnis zu befreien? Mhm. Dieser Skill Check erfordert, dass du auf einem D20 eine 2 würfelst. Das Niedrigste, was es gibt. Aber wenn du eine 1 würfelst, ist es halt Auto-Fail. Und das kann passieren. Das ist eine 5-prozentige Chance. So, jetzt erklär mir mal, was für den Spieler da, ich habe einen Screenshot, da habe ich Dopsi gepostet und Dopsi hat einfach nur zynisch wie er ist dazu geschrieben, ja, ich hoffe, der Spieler hat dadurch gelernt, besser zu würfeln. Weil, was ist das? Und das ist der Punkt, warum ich der Ansicht bin und Dopsi auch der Ansicht ist tatsächlich, und vielleicht geht es dir ja auch so, dass das nicht, dass das nur in Pen & Paper passiert, weil dort hast du einen Dungeon Master und der kann darauf Einfluss nehmen, wie frustrierend die ganze Scheiße ist. Der kann halt dir Chancen einräumen, er kann halt Fiat machen und er kann halt dafür sorgen, so irgendwie, ja, okay, dein Dietrich ist abgebrochen und so, aber du erspähst mit dem Augenwinkel eine andere Konsole, mit der du, was weiß ich, irgendwas, er kann es irgendwie relativieren. Hier hast du vorgefertigt, so, ja, toll, du hast jetzt das ganze Goblin Camp gegen dich aufgebracht, viel Spaß, oder eben, ja, du kannst halt den Charakter nicht befreien und der wird vor deinen Augen in Schleim verwandelt oder so, ist jetzt ein fiktives Beispiel, ich weiß nicht, ob das jemals im Spiel vorkommt, aber es frustriert, weil du nichts falsch gemacht hast und das nervt. Also, ja, das ist so, es ist so schwierig, weil Baldur's Gate 3 macht ja schon, es gibt ja sehr viele Optionen, irgendwie Situationen zu lösen, auf verschiedenste Arten und Weisen, weil es ja diesen systemischen Einsatz auch hat und ich habe das Gefühl, es ist auch für verschiedenste Situationen gebaut, wo wirklich auch mal einen Fehlschlag in unterhaltsame Situationen münden kann, aber gerade, wenn du sowas hast, wie das Beispiel, was du meintest mit dem Goblin Camp oder sowas, oder generell diese Situation, wo du vielleicht einen dieser Dialogchecks verfehlst und dann es heißt, na gut, dann kämpfen wir jetzt und dann hast du plötzlich zehn Gegner gegen dich und was mache ich dann? Ich kämpfe nicht gegen die, weil das ist ja nicht das, was ich möchte, genau, ich lade nochmal neu und ich habe das Gefühl, das ist ein Spiel, das das in sein Design eingebaut hat, dass es quasi weiß, naja, du kannst ja neu laden, du kannst ja einfach nochmal probieren. Sie haben versucht, die eine Sache, die sie versuchen, um das Ganze zu relativieren, ist, es gibt so, ich glaube, Inspirationen heißen sie, wenn du das Spiel spielst, hast du im Laufe der Zeit, auch hier, du kannst, wenn du das Spiel intim gut kennst, dann kannst du wahrscheinlich Einfluss darauf nehmen, aber so ist es einfach eine Sache, die passiert, für jede Entscheidung, die du triffst, jeden Storyfortschritt, den du machst oder so, kann es sein, dass du oder einer deiner Begleiter, je nachdem welches Alignment ihr habt, welchen Charakter ihr habt oder so, so eine Ladung kriegt von Würfel nochmal, los hier. und wenn du wirklich dann eine kritische Sache hast, dann kannst du das halt nochmal machen, aber das, ich weiß auch nicht, es ist im Grunde auch nur Safe Scumming, es ist im Grunde dasselbe, bloß halt eingebaut ins Spiel und, selbst die Ballerskrieg-Fans sagen, ist ein cooles Spiel, aber ich Safe Scumme und ist Safe Scumming wirklich das, was man tun sollte? Ja, also ich glaube, für viele Leute macht das das Spiel nicht wirklich schlechter, ich glaube, es ist dann einfach so ein Teil davon und gut ist und ich finde, dieses Inspirationssystem dämpft das zumindest auch ein bisschen und ich glaube, das ist ja auch aus D&D entnommen, weil der Game Master, glaube ich, auch Inspirationspunkte vergeben kann für besondere Taten, wenn ich mich recht entsinne und ja, von mir aus meinetwegen, aber genau, es wirkt dann trotzdem auf mich so, als wäre dieses ganze System halt nicht primär für das gebaut, für das es hier benutzt wird, sondern wird gebogen, um hier rein zu passen und das war früher ja auch schon im Wesentlichen so, bei den alten Ballerskatespielen, aber da hattest du deutlich weniger Möglichkeiten und hast auch weniger davon gesehen, also du hast zwar deinen Combat-Log gehabt, aber hier machen sie es ja viel offensiver mit, du würfelst ja wirklich, du hast ja einen Würfel und das finde ich ehrlich gesagt ganz sympathisch, dass sie dann von vornherein auch sagen, nee, also das ist halt ein Tabletop-Ding, du hast ja halt deine Würfel und es ist zufallsbasiert teilweise und du kannst dann Einfluss drauf nehmen mit deinen Skills oder sonst was, aber wir machen jetzt keinen Hehl darum, dass hier gewürfelt wird hinter den Kulissen. Das ist okay. Ich sag mal so, dieses Gewürfel hinter den Kulissen hat mich früher bei den alten Ballerskates und Neverwinter Nights und sowas ein bisschen frustriert, weil ich dann, unter allem, weil ich auch erst mal als Kind eine Weile gebraucht habe, um zu checken, was da überhaupt passiert. Wenn ich da im Combat-Log gelesen habe, du würfelst einen, wie ich würfle, was würfel ich denn? Ich hab gerade ein Schwert zugeschlagen, warum hab ich jetzt einen Würfel in der Hand? Aber das ist, ja, I don't know. Ich find's super sympathisch, wenn man bei den Skills-Shakes wirklich den D20 sieht, wie er gewürfelt wird und rollt und dann sieht man ihn und so. Es gibt, ich weiß nicht, es gibt so, ich glaube, es ist die Schnittstelle zwischen den D&D-Regeln, die angepasst sind für ein CRPG und der Tatsache, dass das Spiel nicht so gut erklärt, wenn ich manchmal gewisse Sachen besser verstehen würde und dadurch kommt dann wahrscheinlich die dritte Säule, die ich auch schon vorhin angedeutet und erwähnt habe, mein eigenes Mindset. Diese drei Sachen standen mir unheimlich im Weg, weil das Mindset, keine Ahnung, wenn ich nicht, ich habe seit 20 Jahren oder so kein Spiel gespielt, in dem ich Short Rest und Long Rest benutzen musste, um Ladungen für meine Zauber aufzubauen. Ich bin gewohnt, mit einem Cooldown-System zu arbeiten und ein Cooldown-System finde ich eingänglicher und intuitiver und besser verständlich und das ist mir am Anfang sympathischer. Und das hatte ich bei Divinity Original Sin 2. Also sitze ich hier vor und denke mir für die ersten paar Stunden, ich wünsche dir, ich würde wieder Divinity Original Sin 2 spielen. Ja, 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 klar. Wenn du dich darauf einlässt, wenn du es verstehst, das ist die erste Hürde und dich dann selbst darauf einlässt, das ist die zweite Hürde, dann kann es sein, dass du da wirklich reinkommst und dann hast du diese unglaubliche Freiheit und diese unglaublichen Production Values, die Baldur's Gate 3 hat und, 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 dann siehst du die coole Komplexität daran, wenn du Multiclassing betreibst und hey, warte, wenn der Skill wechselwirken kann mit dem Skill aus der anderen Klasse, kommt da nicht was total Cooles bei raus und dann kannst du anfangen zu basteln. Aber es ist am Anfang einfach zu viel. Und ich weiß auch nicht, ich bin ganz offen, mir fällt keine elegante Möglichkeit ein, alles zu erklären, was du brauchst, um Baldur's Gate 3 wirklich zu genießen. Für mich ist es eigentlich ein Wunder, dass es Leute gibt, die das geschafft haben, ohne, wie ich, erst mal auf eine Erforschungsreise zu gehen, wie das Ganze funktioniert. Klar, die Pen-and-Paper-Spieler, die verstehen das System natürlich auf Anhieb oder so, aber ich bin wirklich ein Rollenspiel-Fan und ich bin ein Larian-Fan und so weiter und ich saß davor und dachte mir, oh, Jesus, kriegst du meinen Kopf rauch. Ich finde aber auch krass, dass das Spiel trotz dieser Hürde, bei der ich ja am Anfang noch dachte, okay, ich stehe irgendwie damit alleine da oder relativ alleine, dass es trotzdem diese Resonanz erfährt und so populär wird und diese Wertung bekommt und so. Ja. Weil da an dem, ich versuche ja an diesen Punkt zu kommen, wo ich auch denke, das ist eine 96 oder was auch immer für eine komische Wertung ist, dem wir das umwandeln wollen, aber wo ich auch so diese Begeisterung spüre, weil diesen Punkt hatte ich halt noch nicht, aber wie gesagt, ich habe jetzt auch noch nicht so wahnsinnig viel Zeit rein investiert. Also eine Sache, die bei Dobbsi und bei mir geholfen hat, war wirklich, finde ich einen Spielstil, also eine Klasse oder Klassenkombination, die für dich gut funktioniert. Ja, ich glaube, das muss ich noch machen. Bei Dobbsi war es, dass er seinen Hauptcharakter jetzt spielt als eine Mischung aus Kleriker und Sorcerer. Kleriker und Sorcerer. Cool. Was dazu führt, von Sorcerer-Seite kann er halt so einen Blitzschlag zaubern und Klerik hat ein göttliches Talent, das einmal pro Long Rest kann er dafür sorgen, dass dieser Blitzschlag maximalen Schaden macht. Also du rollst nicht mehr für eine Damage-Spanne, sondern er macht wirklich maximalen Schaden. Und dieser Blitzschpruch macht halt Schaden in einer ganzen Linie. Also du kannst damit einmal pro Long Rest wirklich einen Kampf-Encounter wirklich mächtig, mächtig beeinflussen, was cool ist. Und so drumherum musst du halt bauen. Und bei mir ist es wie gesagt ein Mönch. Ich mag Nahkampfcharaktere und hier habe ich halt was, was relativ viel Utility eingebaut hat. Ich spiele meinen Mönch so, dass ich, Mönche benutzen eine eigene Ressource, die mit jedem Short Rest aufgeladen wird. Und mit dieser Ressource kann ich halt Leute zu Boden schleudern, zurückstoßen mit irgendwelchen Kung-Fu-Schlägen oder sie so benommen machen oder so. Mönche können auch so eine Sache wie zum Beispiel Pfeile auffangen und zu einem Bogenschützen zurückwerfen, sodass sie Passiert das dann automatisch oder ist das auch ein Roll? Das ist ein Reaction-Check. Wenn der Pfeil in der Luft ist, kannst du sagen, okay, es ist ein Pfeil auf dem Weg zu dir. Willst du diese Reaction machen, dann wird gewürfelt und dann wird geguckt, wie weit wird der Schaden reduziert? Und wenn der Schaden komplett auf null reduziert werden sollte, dann kriegst du die Gelegenheit, einen von diesen Key-Punkten, von dieser Mönch-Ressource auszugeben, um den Pfeil wirklich zu fangen und zurückzuwerfen. Was super befriedigend ist und groß, groß Spaß macht. Und es gibt so viele Sachen, auch selbst wenn du die richtigen Klassen dabei hast, also was heißt richtigen, also Klassen, die für dich eigentlich funktionieren würden, musst du mal gucken, es gibt halt über 600 Zaubersprüche und es kann unheimlich überwältigend sein, dass du da halt etwas für dich findest, was gut funktioniert. Das sind Sachen, die mir sehr geholfen haben. Und wie gesagt, ich hab nochmal neu angefangen, der Anfang ging mir halt deutlich flüssiger von der Hand, weil man jetzt schon ungefähr wusste, ein paar Systeme hat man ja doch kennengelernt und so weiter und so fort. Also jetzt freue ich mich sehr darauf, Ballersgate weiterzuspielen. Würde ich jetzt gerade nicht hier sitzen, wäre ich wahrscheinlich zu Hause, würde mit meiner Mönchsparty weiterspielen. Mönchsparty? Sind's alles Mönche? Sind alles Mönche. Ich hab jeden einzelnen meiner Charaktere umgeskillt auf Mönch. Nein, nein, nein. Mönch als Hauptcharakter. Da kommt ein Pfeilhagel. Sehr gut. Jetzt haben sie keine Chance mehr. Wir sind umsingelt von Bogenschützen. Oh ja. Ja, Leute. Nee, also das müsste man spielen. Das klingt lustig. Ich hab ein Video online gesehen von jemandem, der hat vier Gnom-Barbaren gespielt in einer Party. Und das ist fun, ist fun. Nee, also seitdem... Ja, es klingt hervorragend. Ein geiles Spiel. Das klingt wiederum hervorragend, wenn du dann darüber erzählst. Genau, und es ist halt wirklich ein geiles Spiel. Ich muss mich noch ein bisschen anfreunden mit den Charakteren. Da gibt's schon ein paar, wo ich sage, ja, da hab ich einen besseren Draht zu oder einen schlechteren. Ich finde es sehr auffällig, dass Larian so Sachen gemacht haben wie... Dobzi hat mich darauf hingewiesen, tatsächlich. Jeder Charakter hat ein Gimmick. Jeder deiner Charaktere, die du dabei hast, zumindest von diesen sechs großen Hauptcharakteren, hat jeder so ein sehr eingebautes Handicap, was dann seinen Story-Arc informiert. Und okay, ja, I get it. Aber ich glaube, da hat Larian von sich selbst gelernt oder von sich selbst abgeguckt, weil es in DaVinci Origins 2 war einer der beliebtesten Charaktere, die Barden Lose, die einen Dämon im Kopf hatte, der die ganze Zeit Kontrolle über sie übernommen hat und so. Das kommt mir irgendwie bekannt vor jetzt, da ich ein paar Stunden Ballerscape 3 gespielt habe. Und die anderen Handicaps, die haben, sind halt auch immer dieses so, keine Ahnung, ich verliere die Kontrolle über mich oder ich habe etwas, was mich kurzzeitig ausnockt oder sonst irgendwas. Ja, also das ist schon cool. Ich mag irgendwie, dass Barden Lose 3 am Anfang gar keine richtige, gar keine richtige große Story hat oder so. Es ist mehr so, wir landen mit einem akuten Problem und unser erster Schritt ist, dieses Problem zu lösen. Das ist noch gar nicht irgendwie das große, weltenbedrohende XY. Das ist noch gar nicht im Blick. Oder es wird nur angedeutet. Genau, auch hier wieder eine Parallele zu The Original Sin 2, wo der erste Akt sich komplett darum drehte, dass man diese Halsbänder umhatte und loswerden musste. Genau, da muss ich mich auch sofort dran erinnern. Ja, ja. Es ist cool. Und wie gesagt, also die Production Values, jeder Drecks-NPC, den du ansprichst, hat die beste Mimik, die beste Sprachausgabe und die beste Gestik, die ich irgendwie in irgendeinem RPG gesehen habe. Und alles fühlt sich lebendig an, alles fühlt sich echt an und gut an. Und I love it. But it's get 3. Ich weiß nicht, ob andere Leute das auf dem Schirm haben, aber ich finde, das ist ein ziemlich gutes Spiel. Solltet ihr mal ausprobieren. Kleiner Geheimtipp von Hooked für euch. Nee, bei mir ist es ja auch dieses bisher was, dieses Hin und Her aus einerseits total coolen Situationen, die sich ergeben haben und dann halt dem Frust im Kampf. Und ich versuche, diesem Frust im Kampf halt noch loszuwerden, dass ich da halt mehr reinkomme und das dann bei meinen nächsten Sessions ein bisschen ausbügeln kann. Ich meine, du kannst ja relativ unkompliziert umskillen. Also versuch mal was anderes. Und da bin ich auch sehr froh, dass es diese Möglichkeit gibt im Spiel, dass man das so easy machen kann. Okay, dann soll es das doch gewesen sein zu Baldur's Gate 3 und mit diesem Podcast für heute. Leo, vielen Dank, dass du dabei warst. Immer gern. Man kann dich besuchen auf twitch.tv slash thegermanguy oder dem gleichen Namen auch auf YouTube und Patreon. Und du sagtest ja vorhin schon, als wir über Alan Wake 2 geredet haben, dass du Control streamst. Wie weit seid ihr? Wir haben gerade den, also Control hat zwei DLCs. Der eine findet noch in der Hauptstory statt, der andere findet erst nach der Hauptstory statt. Den in der Hauptstory haben wir jetzt gerade abgeschlossen, nähern uns dem Finale der Hauptstory. Also wir sind so von der Hauptstory im letzten Viertel und danach würde dann noch der andere DLC kommen. Das heißt, bestimmt noch zwei Sessions oder so, zwei Wochen oder sowas. Aber da gibt es schon eine Menge Material, was man gucken kann und it's very fun. Ja, sehr gut. Das könnt ihr quasi auch als Vorbereitung auf Alan Wake 2 nehmen, weil Control wird ja in irgendeiner Form eine Rolle spielen. Auf jeden Fall. Genau. Ihr könnt uns auch unterstützen auf patreon.com slash hook und steady.de slash hook. Da gibt es ja momentan ab 5 Euro immer noch Early Access auf neue Folgen von euren Spielen des Jahres 2003 oder auf neue Ausgaben von Robins Videotagebuch zu Final Fantasy 16 beziehungsweise es gibt ja das gesamte Tagebuch bereits dort, falls ihr unterstützt. Und ab 10 Euro wählt ihr zu Feedback-SupporterInnen und eure Fragen kommen garantiert im nächsten Feedback-Podcast ran und ab 25 werdet ihr zu Podcast-ProduzentInnen und werdet ihr namentlich im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast-ProduzentInnen. Bored Penguin pickt sich ein bis zwei Perlen aus der sonst so langweiligen Gamescom. Oh. Chipza. Christian Crisco. Daniel. Crushed82. Dobsy. Ejenias. Firo. Fure96. Gestern mit meiner Freundin den tollen Little Miss Sunshine gesehen, was für einen Film würdet ihr gerade empfehlen? Merken wir uns. Gunnar Hildebrandt. Hyperion. Jan Lippert. Jean Marcel. Kernspaltkartoffel. Kesselflicken. Kumi. Kunst. Libro. Lieders Time-to-3-Projekt der Woche. Pokémon Blau 10 von 10. Pate is Love. Mark Lammas. Marius von der Mosel freut sich aufs Wembley-Stadium am Sonntag. Matze. McLovin008. Michael. MichaelNore12. MG Rex. Mudkip. Oliver Zürfers. Pasta Palast Seenudel. Pukke Spidey. Ralle. Rick O. Selenaya. Simon Dobichai. The Nerdos Maximus. Timetraving Mickey EP 400. Tommy 88088. Verschlafene Honey. Why I'm Trying. Yeo Sae. Verzeih bitte, falls ich das falsch ausgesprochen habe und schreib mir die richtige Aussprache. Yannick. Zavex und Laskar. Zombie und Wintercracker. Der Weiße. Vielen Dank an alle Podcast-Produzentinnen. Welchen Film würdest du gerne empfehlen? Tetsuo The Iron Man. Sehr schön. Magst du dazu irgendwas sagen oder einfach nur? Ich meine, du kennst ihn ja auch. Sollte man zu Tetsuo The Iron Man was sagen? Ich kenne den Film, glaube ich nicht. Der wurde euch geschickt. Der wurde euch als DVD oder als Blu-ray oder sowas hierher geschickt. Der wurde euch einfach nicht gesehen. Kann sein, dass das mal von Niklas geschickt wurde. Als Item Get. Es ist ein Film, in dem es darum geht, dass ein japanischer Mann sich mit einem Elektrorasierer schneidet, von diesem infiziert wird und sich in einen Metallpanzer verwandelt. Oh. Also in so einen Akira-Fleisch-Metallpanzer. Ja, ja. Schöne Empfehlung. Ist so ähnlich wie Little Miss Sunshine. Ist er das? Nein. Ich habe am Wochenende diesen, passend zu Baldur's Gate, diesen Dungeons & Dragons-Film, den neuen, geguckt mit meiner Freundin. Ich fand ihn aber nur okay. Okay bis gut. Also da sind gute Charaktere drin, aber insgesamt ist er ein bisschen willkürlich erzählt. Honor Among Thieves? Honor Among Thieves. Genau, ja. Chris Pine und Hugh Grant und Co. Genau. Der wird immer, ich sag mal so, wir sind nicht gerade verwöhnt mit guten Dungeons & Dragons-Filmen. Und ich glaube, er wird immer so als das Beste aus diesem Bunch bezeichnet. Irgendwie was. Ich glaube, was mehr über die mittlere Qualität der Dungeons & Dragons-Filme aussagt. Genau. Es ist halt ein leichtherziger, sich sehr gut wegschauender Fantasy-Film. Der aber sehr wirkt, also der erzählt sich halt in Richtung und dann passiert das und dann passiert das und dann passiert das. Ohne, dass da jetzt wahnsinnig viel Zusammenhang passiert und du kannst halt komplette Sachen rausschneiden und es würde nichts an der Story ändern. Das ist halt so ein bisschen die Art Film. Aber ist okay. Also weiß ich nicht. Trotzdem besser, als man vielleicht denken würde, dass ein Dungeons & Dragons-Film wäre. Aber weil gerade Little Miss Sunshine war, also ein Film, den ich tatsächlich kürzlich erst mal empfohlen habe, der er noch nicht kannte und der anlässlich des Releases von The Banshees of Inisherin letztes Jahr immer wieder empfehlenswert ist, ist Brücke sehen und sterben. Oh ja. In Bruges. Das ist ein wundervoller Film. Wie gesagt, hatte kürzlich erst wieder Gelegenheit, den jemanden zu empfehlen, der ihn noch gar nicht kannte. Ach schön. Und wo dann noch am selben Abend eine Nachricht kam, Jesus, ist der Film gut. Oh, das ist ja das Beste. Ja, das ist wirklich, also in Bruges oder Brücke sehen und sterben. Guckt ihn euch an. Genau, guckt ihn euch an und schreibt uns dann in den Kommentaren, wie ihr ihn fandet. Genau, aber nur, wenn ihr ihn gut fandet. Wenn ihr ihn nicht gut fandet, wollen wir es nicht hören. Genau. Okay, danke Leo, dass du dabei warst. Euch eine wunderbare Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.